Herzlich Willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast Ausgabe Nummer 468. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei der Herr Marvin. Hallo, hallo. Und der Herr Dennis. Ja, servus, hallo. Ja, wir wollen diese Woche oder müssen diese Woche mal wieder über die Eintracht reden und wie wir das tun, werdet ihr gleich sehen und wir haben auch noch Thesen geschickt bekommen zu Oliver Glasner und wir haben noch das Thema Nachwuchsleistungszentrum auf dem Zettel. Also es wird wieder eine umfangreiche Sendung, aber bevor wir dazu kommen, ein bisschen Housekeeping, wie so oft. Und diese Woche geht der Dank da draußen stellvertretend für alle, die uns hier von Woche zu Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr unterstützen an den Guido. Der kam nämlich, ich glaube gestern mit einer kleinen Sonderspende um die Ecke und deswegen sagen wir vielen Dank Guido und vielen Dank an alle anderen, die uns da draußen unterstützen. Und das mittlerweile schon seit zwölf Jahren. Wir hatten nämlich letzte Woche Geburtstag. Den Eintracht-Podcast gibt es jetzt mittlerweile seit zwölf Jahren und Marvin war nahezu von Anfang an mit dabei. Crazy Scheiß, ne? Er rückt. Du musst dir mal überlegen, ich freue mich, dass wir das jetzt schon so lange machen und dass wir das eigentlich auch so straight durchziehen. Wir haben ja keine Saison irgendwie wirklich ausgesetzt. Wir hatten mal ein, zwei, ein paar Wochen, wo es dann zeitlich nicht geklappt hat, aber ansonsten waren wir eigentlich über zwölf Jahre konsequent durch. Und vielleicht gibt es anlässlich dieses Geburtstages auch noch das eine oder andere Goodie, davon weiß der Rede auch noch nichts. Aber mal gucken, was vielleicht diese nächste oder übernächste Woche noch so von anderen Kanälen veröffentlicht wird, die sich auch mit diesem Eintracht-Podcast näher auseinandersetzen. Also schauen wir mal, zwölf Jahre ist natürlich eine gute Nummer, die auch irgendwie gefeiert werden muss. Die muss auf jeden Fall gefeiert werden und der Marvin muss noch mindestens 14 Folgen durchhalten, habe ich geguckt. Dann hat er nämlich seine 400. Folge hier bei uns. Das ist dann der nächste Meilenstein, den es zu erreichen gilt. Ich glaube, das schaffen wir. Auf jeden Fall. Easy, easy, easy. Das schaffen wir easy. Nicht ganz so easy und damit perfekte Überleitung in place war das mit der Eintracht am Wochenende gegen Köln. Wir hatten es im Vorgespräch gerade eben mit dem Thema Kartoffeln und ganz ehrlich, das, was die Eintracht da zeitweise abgeliefert hat, das hatte schon eher was von Ackerbau wie von Fußball, so grob motorisch wie das war. Am Ende belohnen wir uns nicht. Stattdessen macht das ja nicht wirklich Köln, sondern eigentlich belohnt Modest Köln. So rum kann man es, glaube ich, eher sagen und die Eintracht geht ohne Tor und ohne Punkte nach Hause. Marvin, wie erzürnt warst du zu Hause auf der heimischen Couch? Ich weiß gar nicht, ob ich noch erzürnt war oder doch eher einfach nur konsterniert. Denn leider hast du es ja richtig angesprochen. Und die Situation mit Modest war ja eine, die konnte man ja durchaus vorhersehen. Wenn ein Spiel, was sich normalerweise ja im Mittelfeld bewegt, es gibt wieder immer wieder Möglichkeiten. Wir müssen gleich nochmal akzentriert auf die einzelnen Punkte der Eintracht auch zu sprechen kommen. Aber es war auch wie eigentlich ein typisches 0-0-Spiel. Aber dann weißt du, okay, die Kölner haben ja jemanden in der Hinterhand. Und wenn sie das zünden, dann müssen wir besser verteidigen. Noch besser. Und müssen dementsprechend auch sehen, dass wir vielleicht nochmal selber Akzente nach vorne setzen. Und wie das halt so ist, wenn dann Modest eingewechselt wird. Da war es zwei, dreimal so, dass ein Dika oder auch Hinteregger gut standen, mit Kopfbällen da rausgehauen haben. Und dann kommt aber das Unweigerliche, der Modest, der schlägt halt zu. Und dann ist das Ergebnis, wie es halt ist. Also ich muss sagen, ich war da eher frustriert. Gar nicht mehr so wütend, aber eher frustriert. Weil es irgendwie sehr offensichtlich war, was kommen würde. Ja, also das mit dem Offensichtlichen, da stimme ich dir zu. Es war, glaube ich, so um die zehnte Minute, wo ich da gesessen habe und mir gedacht habe, okay, eins ist klar, derjenige, der hier das erste Tor schießt, der fährt das Ding nach Hause. Weil mehr als dieses eine Tor wird eigentlich nicht passieren. Ich hatte zu dem Zeitpunkt noch latent die Hoffnung, dass die Eintracht sich da irgendwie belohnen wird. Aber nein, 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 aber ist doch gut. Lass uns doch genau da mal anfangen. Weil ich denke, auch Dennis wird es ja durchaus so gesehen haben, dass es am Anfang ja schon einigermaßen Möglichkeiten gab. Ich kann mich erinnern an einen Lindström, der einige Male sich ganz gut in den Strafraum auch gespielt hat. Dennis, siehst du das ähnlich oder hast du gar nichts gesehen? Doch, 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 doch. Da muss ich sagen, bin ich bei euch. Man hat ja mal wieder die Chancen, die man hatte, nicht genutzt. Das ist einfach wieder ein Riesenproblem gewesen. Du hast ja, ich sag mal, von den Situationen vielleicht zwei, drei, die du gut rausgespielt hattest. Da war auch noch eine Szene, wo Lindström sich gut durchgesetzt hat und versucht dann reinzuspielen. Der Ball kommt dann wieder nicht an. Also so diese letzten Bälle auch. So haben sie erst auf der Außenseite ein bisschen hin und her. Und da hätte sich viel draus entwickeln können. Dann wird einfach dann aber doch, dieser letzte Ball kommt nicht an. Diese letzte Konsequenz fehlt. Und ja, ich muss sagen, für mich war das Spiel, das war dann schon so ein Geier am Ende, wo du nur gedacht hast, okay, das verlieren wir auf jeden Fall. Dass du es dann noch bis zur 84. Minute irgendwie rausgezögert hast und das dann auch noch so ein, also muss man auch sagen, noch so ein Scheißtor war. Dass Kamada diesen perfekten Pass da eigentlich dann spielt und ja, die ganze Abwehr kollektiv versagt, bloß ein Trapp auch nicht unbedingt super aussieht in der Situation zumindest. Modest macht das gut. Klar, muss man auch immer anerkennend sagen. Aber das ist natürlich absolut unnötig, dann auch noch mit dem, das Spiel dann am Ende noch zu verlieren, wenn du es so lange hinbekommen hast. Grundsätzlich aber leider wieder viel zu wenig. Und was mir eher Magenschmerzen macht, wütend war ich nicht, sondern eher so, oh Gott, oh Gott, da geht mir schon wieder die Flatte. Weil es einfach das zweite Spiel in Folge war, was mir nicht gefallen hat und da muss ich dringend und schnell was ändern, weil wir kommen ja gleich noch zu den Punkten. Auch ein Glasner, der sich natürlich dann nach dem Spiel hinsetzt und sagt, meine Güte, was war mit der Zweikampfquote schon wieder los? Ist sicherlich ein Anhaltspunkt, den wir sicherlich in der Sendung auch noch weiter besprechen werden. Ja, also es sind viele richtig gute Aspekte dabei, die du angesprochen hast, allein natürlich von dieser Karmade-Situation. Aber ich glaube, darauf sollten wir nachher auch nochmal eingehen. Aber genau, also schrittweise finde ich es ja gut, was du auch erläutert hast, dass wir natürlich gesehen haben, es gab Möglichkeiten auch von der Eintracht. Aber ich habe das Gefühl, dass die SGE momentan immer zu viel Aufwand betreibt, um überhaupt Chancen zu kreieren. Das heißt, sie sind in einer gewissen Situation da, aber wie aufwendig das Spiel beispielsweise von einem Poree, von einem Lindström ist, bis sie auch in diese Schnittstellen dann kommen und vielleicht die Tormöglichkeit haben. Aber die haben sie meistens nicht selbst, weil sie dummerweise auch gleichzeitig Vorbereiter sind und oftmals fehlt die entscheidende Person, die das dann dementsprechend noch verwandelt. Wir sehen auch, Kostic ist noch nicht bei 100 Prozent. Und dann hast du eigentlich Situationen, wo du bis zum 16. gut dabei bist, aber der entscheidende Ball nicht sitzt. Wir hatten eine schöne Aktion von Rode beispielsweise, der diesmal ja auf ungewohnter Position gespielt hat. Und da habe ich gedacht, okay, da hätte was ja auch passieren können, aber da war der Schuss zu ungefährlich, zu wenig mit Werf und dann wird es halt nichts. Rode ist halt auch kein Abschlussspieler, ist halt nicht so seine Position. Er hat natürlich auch schon mal Tore in der Vergangenheit gemacht, aber da bräuchtest du an der Stelle halt wirklich eher so einen kaltschnäusigen, klassischen Abstauber. Ja, aber wichtiger Punkt, weil eigentlich die falschen Leute auf den falschen Positionen dann standen, dass die Situation so erspielt wurde, super. Aber ihr habt euch sicherlich auch eher gewundert, dass Rode eigentlich der offensivere Part war, oder fandet ihr das klar? Also für mich, normalerweise so ist für mich an der Stelle eigentlich derjenige, der vielleicht dann auch ein bisschen mehr die Technik noch im Fuß hat. Ein Rode ist und bleibt ein Abräumer und ein Kämpfer, aber es ist dann, weiß ich nicht, das sind wieder so Punkte, wo ihr sprecht es ja schon richtig an. Wenn da ein Goalgetter oder jemand, der wirklich ein bisschen noch mehr aus so einer Situation machen kann, ein Rode, da erwartet das, denke ich mal, keiner. Wenn der da steht, kann es halt auch schnell dann 1-0 für uns stehen. Und das ärgert mich schon. Es ist super ärgerlich, da war ja auch diese Situation mit dem Foul noch, weiß ich nicht, wie ihr die Situation gesehen habt, an Bore, glaube ich. Hector, der ja dann den Ball auch noch klärt, gab es ja so ein bisschen Gerangel im Strafraum vor der Situation noch. Also es sind so Kleinigkeiten, ich würde es nicht pfeifen, sage ich euch ganz offen, aber mit ein bisschen Glück, und das fehlt dir halt momentan auch völlig, wird vielleicht sogar noch da ein Video-Assistent-Referee, greift noch ein, kriegst noch einen Elfmeter-Gefiffen, dann sieht die Situation auch ganz anders aus. Aber es fehlt halt komplett einfach momentan. Ich würde ganz gerne auf die zwei Punkte antworten, die du gerade angesprochen hast, auf zum einen gehe ich vollkommen mit dir d'accord, dass ich auch sage, ich glaube, es war kein Elfmeter, würde ich jetzt nicht geben. Es ist trotzdem so, und Dennis, da hast du einen richtigen Punkt, dass wir uns momentan halt auch, nicht nur vom Spielerischen, sondern auch von diesen Situationen, die entstehen, einfach schwerer tun. Also wir hätten ja auch diejenigen sein können, die gegen Wolfsburg mal einen Sechzehner kommen und vielleicht einen Elfmeter schinden. Das habe ich ja auch schon mal erwähnt, aber diese Situation gab es nicht. Und die Situation auch gegen Köln war für mich zu uneindeutig, um einen Elfmeter zu bekommen. Und dadurch sich mal hinzurumpeln gegen Köln, wo du ein enges Spiel hast, genau das funktioniert halt momentan nicht. Und zu der anderen Situation, Dennis, da kann ich leider nicht sagen, dass ich verwundert bin, beziehungsweise über die Aufstellung irritiert bin. Denn wir hatten das vor ein paar Wochen, haben wir es ja genau angesprochen, wo ich gesagt habe, naja, der Rode, der könnte ja auch mal weiter vorne spielen. Und jetzt hat genau das Glasner gemacht. Da kann ich jetzt nicht sagen, was soll das denn jetzt? Das war nämlich, im Endeffekt hat er das eingehalten, was ich irgendwie mal gesagt habe, ohne dass er das wahrscheinlich hier gehört hat. Aber dann muss ich sagen, nehme ich so, ob das jetzt die optimale Lösung war. Das würde ich euch ganz gerne beantworten lassen. Ich muss aber auch sagen, dass auch ein Sow, als er mal weiter vorne gespielt hat, ja auch nicht so hundertprozentig gut gespielt hat. Naja, also ich glaube generell zur Aufstellung kann man, das kann man ja so oder so auslegen. Ich habe relativ viele Stimmen gehört zu der Aufstellung, die gesagt haben, die war grundlegend zu defensiv. Was soll das denn? Ich glaube, dass das schon ein kalkuliertes Mittel war an der Stelle, das so zu tun, eben um das, was in den letzten Spielen passiert ist, nämlich dass wir unnötige ein bis zwei Tore ja wiederholt gefangen haben. Und selbst gegen Stuttgart, wo es ja dann noch gut gegangen ist, haben wir ja trotzdem eigentlich zu viele Tore kassiert. Das wollte er halt eben abstellen. Wollte früh mit der Mannschaft ins Pressing gehen, in ein schnelles Umschaltspiel. Dann passt vielleicht die rechte Außenbahn nicht dazu für diese Variante, aber da können wir ja gleich nochmal drüber reden. Und dann macht es auch zum gewissen Grad für mich Sinn, ein Rode da auf dieser Position zu spielen, um halt eben zu sagen, ich laufe früh die Kölner an. Auch gerade das durchaus kräftige Mittelfeld von Köln laufe ich früh an mit jemandem, der a aggressiv spielt, aber b auch dann einen Blick fürs Spiel hat, um den Ball dann schnell nach vorne in die Spitze zu spielen. Das passt für mich halt schon. Man muss halt dabei immer bedenken, Rode wird halt nicht über die kompletten 90 Minuten das leisten können, weil wenn ich das so mache, ist das ein sehr lauf- und körperintensives Spiel. Und Rode mit seiner Vorgeschichte, wenn der 45 Minuten schafft, dann ist das halt das absolute Maximum. So ist es ja am Ende auch gekommen. Und spätestens da hätte man eigentlich das System meiner Meinung nach dann ein bisschen auf die Protagonisten auf dem Feld anpassen müssen, weil von einem Kamada kann ich das eigentlich nicht verlangen. Ja, also ich wollte Dennis jetzt die Möglichkeit geben, was zu sagen, aber er hält sich sehr vornehm zurück. Dann mache ich das. Ja, ich finde, du hast ja ganz gut zusammengefasst. Im Grunde ist das eine Möglichkeit. Ich will aber trotzdem genau den Aspekt, den du ja auch eben angesprochen hast, auch nochmal nehmen. Und zwar war es ja tatsächlich so, dass da sehr viele, wenn du bei Twitter dann quer guckst und siehst, okay, es gibt wirklich einige Leute, die auch sagen, das ist eine sehr, sehr defensive Aufstellung, vielleicht zu defensiv. Ich kann diese Position durchaus verstehen. Ja, verstehen kann ich sie auch. Ja, und das ist durchaus etwas, wo ich sage, ja, ich muss auch sagen, ich habe da ein bisschen meine Probleme, aber gar nicht wegen dem innenliegenden, dem Inlay wollte ich schon sagen, sondern nicht wegen So, Jarkic und da vorne Rode. Das finde ich tatsächlich in Ordnung. Ich habe eher meine Probleme, dass wir auf den Außen, beziehungsweise einfach auf Rechtsaußen, und das ist ja genau der Punkt, auf der rechten Position mir jemand mit Chandler reingenommen haben, bei dem es mir sich nicht zwingend erschließt, warum du jemanden, der halt seine Stärken, auch wenn er schon Tore gemacht hat, Chandler, aber in der Art und Weise jetzt zuletzt auch nicht hundertprozentig gezeigt hat, und der Costa war okay, warum man ihn dann rausnimmt. Und Chandler reinnimmt, verstehe ich nicht, wenn man gesagt hätte, man macht es mal mit Knauf, dann hätte ich gesagt, gar kein Problem. Sehr gut, Marvin. Ja, also, ihr sprecht doch genau die richtigen Punkte auch hier nochmal an, weil die Außen haben überhaupt nicht funktioniert. Auch ein Kostic hat überhaupt nicht funktioniert gegen Köln, meiner Meinung nach. Das war wieder so eine Leistung, wo du sagst, boah, ne, wow, das System, das ist ja eigentlich das, was wir letzte Woche auch schon angesprochen haben. In der Viererkette vielleicht mal. Jetzt wäre die Zeit vielleicht auch mal hier ein Wechsel und dir allen Beteiligten auch die Innenverteidigung, es war okay, aber wie defensiv du da gestanden hast, Wahnsinn von der Aufstellung her, und hast es trotzdem nicht hinbekommen, so richtig den Zugriff ins Spiel zu bekommen, denn die Zweikampfquote war trotzdem beschissen, Ballbesitz sowieso auch, gut, den haben wir Köln gelassen und haben irgendwie versucht über schnelle Ballbesitz nach vorne und so weiter. Aber ihr habt es ja genau gesagt, das funktioniert doch mit dem Chandler nicht. Dann musst du wirklich sagen, Leute, dann lasst uns das Ding mit einem schnellen Knauf mal spielen auf der Seite, dann können wir vielleicht da auch mit klassischer Handballstil sozusagen die Außen hetzen nach vorne und dann probieren wir von der Seite irgendwie was zu machen. Aber also hat vorne und hinten alles nicht funktioniert, Passquote auch. Also wenn ich mir so diese Spieldaten angucke, da war eigentlich in allen Belangen Köln dann überlegen. Und das geht mir schon auf die Nerven, weil diese Grundtugenden wieder fehlen. Dieses, ja, wir kommen ja wenigstens über den Kampf rein. Nee, sind wir nicht reingekommen. Jetzt stellen wir uns schon super defensiv auf und haben trotzdem den Zugriff im Spiel nicht. Oder dass wir sagen, wir haben die Kontrolle oder wir haben dadurch jetzt ein Mega-Übergewicht im Mittelfeld bekommen. Irgendwie, es hat definitiv nicht funktioniert. Und mit den Ecken und Standards, Leute, können wir gleich noch nicht besprechen. Das war ja auch wieder, wow. Machen wir gleich den nächsten Punkt auf. Ja, ich fand auch, also ich weiß auch nicht, ob ich da zu überkritisch bin, aber ich hatte auch im Spiel wieder so das Gefühl, dass die Mannschaft eine sehr große Abneigung hat, den Ball auf die rechte Seite rauszuspielen. Also, ja, es ist so. Es ist immer so ein bisschen dieses Gefühl, entweder du lässt den Ball in der Mitte oder du spielst ihn zu Kostic. Aber selbst wenn der auf der rechten Außenbahn schon 800 Kilometer vor dem nächsten Kölner Spieler ist, hatte ich das Gefühl, sie spielen den Ball trotzdem nicht daraus. Ich habe gerade noch mal reingeguckt. Chandler hatte in den 83 Minuten 45 Ballkontakte. Kostic allein, der ja selbst, wie Dennis sagt, nicht so wirklich im Spiel war, hatte es doppelt. Ja, das zeigt, und du siehst es auch in der Verteilung übrigens, wo die Spielflüsse hingegangen sind. Und da war es schon so, dass auch da wieder die deutliche Vorwärtsbewegung eher aus der linken Seite kam. Und ja, was du sagst, also ich stimme dir da völlig zu und ich glaube auch, dass jeder halt genau weiß, dass, naja, wenn wir irgendwie nach vorne gehen wollen, dann müssen andere dann da rein. Und dann rückt natürlich aber, und das ist ja auch ein bisschen das Problem, dann rückt dann halt ein Lindström, der eigentlich ja auch selber eher vornstehen soll, rückt dann über die Außen aus. Was macht der ja relativ häufig, weil es halt diese Vakanz halt dort gibt. Und deswegen wäre für mich halt gut gewesen, probiere es mal mit Knar auf. Man hätte genau das machen können. Du bist ja mit zwei defensiven Mittelfeldspielern ja eh gesegnet. Und dann hätte beispielsweise ein Jakic dann halt in den Flankenläufen oder wenn es sehr offensiv gewesen wäre, wäre er auf diese Position in der Defensive ausgewichen und hätte dann knaufgebackt. Das hätte ja durchaus funktionieren können. Das sind halt alles so Bewegungen, die halt noch nicht gemacht wurden, wo ich sage, okay, man muss halt mal irgendwas probieren. Und deswegen kann ich natürlich nachvollziehen, dass man sagt, das ist mir als Aufstellung schon, bei allem Respekt gegen Köln, die haben es super gemacht. Ich habe für diese Saison der Kölner das höchste Maß an Respekt. Aber dann ist es im Endeffekt schon so, dass du sagen musst, ey, ist es trotzdem auch Köln? Du kannst die bespielen. Warum machst du es dann nicht? Ja. Ich will noch mal ganz kurz dazu sagen, da will ich jetzt aber auch gleich wieder natürlich mich ein wenig nicht revidieren, aber ich muss auch dazu sagen, dass der Herr Glasner ja genau dazu auch Stellung genommen hat und hat ja auch gemeint, dass die Körperlichkeit eines Knaufs ihm für diese Situation halt gefehlt hat. Und deswegen hat er gesagt, das ist für mich erstmal keine Option. Stellt sich natürlich auch wieder die Frage, warum holt man das Spiel überhaupt, wenn ihm die Körperlichkeit fehlt, ist aber genauso zumindest ein Begründungsansatz. Ja gut, aber ein Spieler dann vielleicht deswegen auch nicht zu nehmen, ist ja auch die Frage, was hast du für eine Entwicklung im Kopf mit dem Spieler? Man muss halt auch dazu sagen, Knauf hat jetzt über lange Zeit Dritte Liga, glaube ich, gespielt, oder war es? Ja doch, Dritte Liga. So, das ist halt ein komplett anderer Spielertyp. Du musst natürlich auch zu einem gewissen Grad auch auf den Gegner gucken. Du kannst jetzt nicht einfach nur sagen, so, das ist jetzt unser System, wir machen immer das und das machen wir jetzt komme, wer wolle. Natürlich musst du dein System auch irgendwo etablieren, aber du musst auch ein bisschen gucken, was macht dein Gegner? Und wie ich schon gesagt habe, mein Gefühl war, dass man sehr drauf bedacht war und das zeigt sich ja auch so ein Stück weit in der Art und Weise, wie Kostic gespielt hat, dass der ja auch eher mehr defensiv als offensiv agiert hat. Ja. Dass man sehr stark drauf bemüht war, hinten kompakt und sicher zu stehen, sprichwörtlich oder die berühmte Kompaktheit, Grüße an die Kollegen von Fußball 2000, und deswegen Chandler da reingebracht hat, das war ja auch seine Erklärung, zu sagen so, okay, da wollte ich jemanden haben, der körperlich agiert, ich hätte wahrscheinlich trotzdem eher da Costa genommen und nicht Chandler, weil der einfach auch die letzten Tage ein bisschen besser performt hat, um da mit langen Bällen in die Spitze zu gehen. Am Ende, wenn das funktioniert hätte und die Eintracht hätte 1-0 gewonnen, hätte sich keiner über diese Spielweise und diese Aufstellung mehr beschwert, sondern hätte gesagt, Klasner ist ein super Typ, der hat genau erkannt, was wir tun müssen, um Köln zu schlagen und uns dieses Erfolgserlebnis, was wir dringend brauchen, irgendwie zu erarbeiten, zu erkämpfen. Gleiches System, gleiche Akteure auf dem Platz, komplett 180 Grad Wendung in der Meinung. Es hat halt am Ende nicht funktioniert und deswegen hacken sie da jetzt auch alle irgendwie drauf rum, also das darf man halt auch nicht vergessen. Ich finde es super, dass du es in Relation setzt, genau das ist nämlich auch der Punkt. Ich versuche ja auch immer wieder genau Aspekte zu sehen, wo ich sage, hier Linström, das funktioniert eigentlich in weiten Teilen echt ganz ordentlich. Man muss mal sagen, dass die Defensive ja in weiten Teilen wesentlich stabiler war, ein Hinteregger kam wieder zurück und hat eine für mich sehr stabile Partie gemacht. Natürlich muss man sagen, es gab ein Gegentor, aber darauf musst du halt irgendwie auch in der Offensive als Eintracht irgendwie reagieren. Ich weiß aber auch und da gibt dir Glasner ja sogar recht, dass er sich schon sehr auf den Gegner eingestellt hat. Ich glaube, das war auch einer seiner Statements und dass es ihm erst mal darum ging, abzusichern und im Zweifel vielleicht sogar auch mit einem Punkt zufrieden zu sein. Also langsam die Punkte mal wieder zu hamstern. Dass das halt den Eintracht-Fans, und da zähle ich mich eher dazu, manchmal nicht genug ist und dass wir uns dann auch denken, wo ist diese alte Qualität geblieben, das kann ich auch verstehen, aber auch wenn du diese Form halt noch nicht hast und du dementsprechend diesen Punkt nicht holst, dann wird es halt irgendwann ungemütlich und dieses Ungemütliche fühlt man halt jetzt. Ja klar, aber wenn man sieht, du hast es ja selbst gesagt, in den letzten Spielen, dass wir uns in den Offensivaktionen zu schwer tun. Uns fehlt so ein bisschen die Leichtigkeit, wir sind vielleicht zu verkopft. Habe ich auch gleich noch eine Theorie zu, können wir gleich noch kurz drüber sprechen. Das funktioniert nicht. Gleichzeitig sehe ich, in der Abwehr haben wir so eine gewisse Instabilität. Hinteregger läuft seiner Form vielleicht gerade ein bisschen hinterher. Jakic orientiert sich oft nach vorne, sollte vielleicht mehr hinten sein, etc. pp. So, da muss man natürlich auch gucken, als Trainer, weil am Ende des Tages wirst du ja dran gemessen, wie viele Punkte du eingefahren hast. Da geht am Ende des Tages oder am Ende der Saison kein Hahn mehr danach, ob du die ganze Zeit wunderbaren Fußball gespielt hast oder nicht. Wenn du das Ziel, was ja andere Leute da auch hingestellt haben, mit wir wollen international spielen, am Ende erreicht hast, interessiert sich keiner mehr für die Herangehensweise. Ist das so? Halt, da muss ich kurz unterbrechen, René, weil eigentlich wollen wir doch alle eine Entwicklung sehen. Und ich will auch sehen, dass der Trainer sich auf den Gegner einstellt und die Mannschaft entsprechend aufbaut und so weiter. Aber ich fand, das waren eher teilweise extreme Rückschritte. Und die dann, wenn diese Rückschritte nicht mal zu einem ansatzweise erfolgreicherem oder einem erkennbareren Erfolg oder Sicherheit, wir sprechen ja hier eigentlich von Sicherheit, dass du nicht gewinnst, das ist immer eine Sache, wenn du jetzt Zweikampfquote richtig gut gehabt hättest und die hätten dich reingehängt und so weiter, dann hätte keiner was gesagt. So ist es, glaube ich, das kann keiner verstehen. Aber sorry, René, ich wollte dich nicht zu krass unterbrechen, rede erst mal weiter. Alles gut, kommen wir gleich kurz dann danach zu meiner Theorie. So, wo war ich? Achso, irgendwie mussten wir ja dann auch gucken, was mache ich dann als Trainer, was mache ich mit der Mannschaft? Und dann war halt einfach der Fokus jetzt in dem Fall auf, okay, Offensivkriegen werden nicht so schnell gelöst, weil wir haben keinen Stürmer im Winter verpflichtet. Lammers ist nach wie vor wahrscheinlich noch außer Form. Paciencia war verletzt, da habe ich weniger Alternativen. Hauge, keine Ahnung, warum er dem nicht mehr über den Weg traut, weiß ich nicht. Also was mache ich? Wir machen mehr Fokus auf die Defensive, um im schlimmsten Fall nur einen Punkt zu holen, im besten Falle halt irgendeinen Konter vernünftig ausspielen zu können oder irgendwo Glück bei der Standardsituation zu haben und die vollen drei Punkte mitzunehmen, weil, wie ich schon vorhin gesagt habe, derjenige, der das erste Tor schießt, wird am Ende die vollen drei Punkte mit nach Hause nehmen. Das war relativ früh. Klar, man hätte halt einfach, es klingt jetzt im Nachhinein betrachtet, natürlich sehr naiv, einfach vor Köln diese Bude machen können, weil das irgendwann, dieser Faktor Modest dazukommt und es dann komplett entgleitet, der war auch offensichtlich. Ja, das ist richtig. Ich glaube, wir haben es eigentlich schon ganz gut zusammengefasst. Wir haben unterschiedliche Ansätze und es gibt die Möglichkeit, hier zumindest mit einem Punkt rauszugehen. Vielleicht nimmst du auch die drei Punkte mit, wenn du derjenige bist, der zuerst die Tore macht. Was dafür aber wieder passieren muss, ist halt grundsätzlich, dass du auch gefährlichere Chancen entwickelst. Und das ist genau das A und O. Ich finde beispielsweise lohnt es sich, nicht negativ über die Defensive bei dem Köln-Spiel zu sprechen, weil das ist für mich nicht, das fand ich nicht problematisch. Das kann immer passieren und natürlich ist es ein Fehler von Indika und natürlich ist es auch eine Scheißsituation von Kamada. Das ist ganz klar. Aber du musst mehr kreieren und Kamada hatte bei all der schwierigen Situation, die er erleben musste in der zweiten Halbzeit, die ist ja dann auch wieder früher ausgewechselt worden, auch offensiv ein paar gute Szenen. Aber auch da ist, muss ich halt sagen, du hast mit Kamada jemanden, der völlig außer Form ist. Diese offensiv Möglichkeiten, die er immer wieder hat, kann er gerade nicht ausspielen. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch schon anfängt, eine Kopfsache zu werden. Du hast mit Kostic jemanden, der auch lange raus war. Und der ist halt noch nicht bei 100 Prozent und das merkst du dann dementsprechend auch. Und ihr fehlen so ein bisschen die Alternativen und dazu kommt trotzdem. Und da bleibe ich auch dabei. Dennis hat gesagt, er würde ganz gerne eine Entwicklung sehen und das finde ich vollkommen legitim. Und ich bleibe dabei, dass wir eine Entwicklung sehen, dass beispielsweise in Lindström immer besser wird und auch immer mehr in diese Mannschaft passt. Also das sind schon gute Entwicklungen. Aber die muss ich auch mal wieder selbst belohnen, diese Eintracht. Und dieses Erzwingen, das hat uns auch jemand gerade hier geschrieben, der Chris hatte auch geschrieben, es geht im Endeffekt schon ein bisschen darum, auch wieder das Ganze zu erzwingen. Und das ist das A und O, das muss die Eintracht ohne einen unfassbaren Aufwand irgendwann mal wieder hinbekommen. Eventuell vielleicht auch durch die Situation, die Dennis gerade beschrieben hat, mit Standardsituationen. Da hat es uns gegen Stuttgart sehr gut geholfen und danach haben wir es nicht mehr angewandt. Ja, noch kurz zu dem Punkt Entwicklung, weil das passt so ein bisschen zu meiner Theorie, die ich im Kopf habe. Ich glaube nämlich, dass wir diese Entwicklung, oder meine Theorie ist, dass wir diese Entwicklung jetzt zeitnah sehen werden, weil dieses Formtief, in dem wir uns gerade befinden, sind die Auswirkungen dessen, dass die Mannschaft jetzt vor kurzem erst angefangen hat, normalerweise würde man sagen inhaltlich, aber in dem Fall ist es wahrscheinlich eher taktisch und spielerisch zu arbeiten, weil Klaasner hat ja auch damals relativ kurz nach seinem Antritt gesagt, wir werden das erste Mal tatsächlich an einem System arbeiten können, Mitte, Ende Januar, wenn die ganzen, hier sag schon, Nationalmannschaftsreisen, englische Wochen und so weiter rum sind. Und wenn du anfängst, an sowas zu arbeiten, dann wirst du wahrscheinlich auch nicht direkt den Erfolg haben, sondern du wirst halt erst mal relativ verkopft an diese Sache rangehen. Wichtig ist halt nur, dass wir diesen Status, dieses Verkopftens und wir denken über das Systemnachwahl, was wir noch nicht verinnerlicht haben, recht schnell abstellen und dann glaube ich, dass wir da eine Entwicklung sehen werden. Wäre, wäre toll. Also René, da hoffe ich mal, dass du völlig recht hast mit deiner Theorie. Im Moment ist es ein bisschen schwierig, finde ich, von was zu reden, was wir bis jetzt noch nicht gesehen haben. Denn das Einzige, was wir, finde ich, klar und deutlich sehen, ist, dass es absolut zu schwach ist mit Zweikämpfen, was aber auch Klaasner ja ganz deutlich, er hat es nach dem Spiel, er hat es, glaube ich, in der Pressekonferenz auch nochmal angesprochen und will ja auch daran gezielt arbeiten. Ich bin, ich weiß nicht, was er meint mit, das gibt eine harte Woche und was weiß ich, was da gesagt wird, was speziell da trainiert werden kann. Ja. Wird spannend. Denn genau das ist es doch. Marvin, auch du hast es genau richtig angesprochen. Dieses, wenn du die Zweikämpfe gewinnst, das fängt doch schon an bei zweiten Bällen, da kommt irgend so ein blöder Ball, dann gehst du beim zweiten, der zweite Ball gehst hinterher, verlierst den Ball. Das ist schon mal Mist. Das ist, da hast du super Chancen, du bist schon nah am Strafraum dran. Wenn du die wieder gewinnst, wenn du da so ein bisschen schneller im Kopf bist, ich weiß nicht, ob es mittlerweile dran liegt, dass die mittlerweile Sekten jetzt schon wieder zu sehr anfangen, denn du bist und bleibst 15 in der Rückrundentabelle, das ist natürlich nicht toll, aber da musst du jetzt aufpassen, dass du wieder ein bisschen Frische in den Kopf reinbekommst, dass die Spieler auch wieder ein bisschen schneller reagieren. Diese Zweikampfgeboten, das liegt schon oft daran, dass einfach ein bisschen eine Behäbigkeit da war. Ich habe auch zusammenfassend noch mal geschaut gehabt, da habe ich gedacht, meine Güte, da waren zwei Bälle, Trapp hält diese Bälle, zum Glück, und dann hält sie auch fest, wenn er die aber nur abprallen lässt, da stehen die Leute außen rum und sagen, huch, da waren ja drei Kölner viel schneller als wir, die viel näher am Ball wieder dran waren. Das darf nicht passieren. Da muss sofort wieder hinterhergegangen werden und das fehlt momentan, so diese Spritzigkeit. Ihr habt gesprochen über Erzwingen, ja klar, musst du auch deinen Schweinehund irgendwie bezwingen und auch da richtig ran und wirklich versuchen, wieder von Spiel zu Spiel wieder an die Höchstleistung ranzukommen. Es ist super schwierig, es ist alles Mist und wenn dann noch der, ihr habt es schon gesagt, mit den Standards, wenn du dann noch da auch, das ist ja schon deprimierend, wie wenig da dann in den letzten zwei Spielen, ich weiß nicht, gegen Wolfsburg hatten wir ja unglaublich viele Standards, glaube ich, jetzt waren es auch wieder viele Ecken, ich glaube sechs Stück, da war gar nichts dabei, wo ich sage, Mensch, da ist jetzt hier mal eine richtig gute Chance draus gekommen und wir können es ja, ihr habt es gesagt, Rustic, der ja vielleicht auch wieder, hoffentlich ist er nicht zu schlimm verletzt, hat sich ja heute irgendwie im Training wohl irgendwie, musste er abbrechen. Ja, also ist auf jeden Fall jemand, so jemand aus der zweiten Reihe und so weiter, also wie gesagt, ich will jetzt da zu viel wieder anfangen, aber es sind Sachen, es sind so Kleinigkeiten, die uns schnell wieder reinbringen können und diese Bissigkeit und gerade Zweikampfverhalten, das ist einfach was, das muss da sein und dann kreierst du auch wieder noch mehr Chancen und dann machst du auch wieder Tore, aber daran müssen wir unbedingt arbeiten. Ja, das stimme ich dir zu, du hast eben die Ecken angesprochen, das waren sechs, das war nichts, was irgendwie zählbar hätte verwertet werden können, du hast Wolfsburg angesprochen, wo wir eine ähnliche Situation haben, wo wir gedacht haben, okay, auch das ist ein typisches 0-0-Spiel, auch hier sollte man wirklich überlegen, genau darüber zu irgendwelchen Chancen zu kommen, das war nicht der Fall, wir haben jetzt, ich habe den Wert ja mal rausgeholt gegen Köln, einen Expected Goals-Wert von 0,68 gehabt, also da siehst du das. Also nichts quasi. Nein, nein, nichts, wir waren wirklich viel zu ungefährlich, aber wir haben, glaube ich, schon einigermaßen gut illustriert, womit es alles zusammenhängt, wir haben die verschiedenen Punkte herausgearbeitet, dass auch die Zweikampfproblematik gerade doch sehr, ja, irgendwie schwierig ist, ich weiß nicht genau, womit das zusammenhängt, ich kann das auch nicht hundertprozentig artikulieren, dass du in der Offensive Zweikämpfe verlierst, ist klar und auch in der Defensive kann das mal passieren, wobei da unsere Verteidiger eigentlich ganz gute Werte haben, aber es zeichnet sich schon ab, dass ab dem Mittelfeld da viel zu viel Ungenauigkeit dabei ist und natürlich, dass die Körperlichkeit, die schon besser wird von Lindström, aber vielleicht auch noch nicht ausreicht, um vorne zu sehr oder sehr zu bestehen, aber dann kommt natürlich auch noch ein Kamada hinzu, der halt auch keinen guten Tag hat, trotzdem ist es so, Dennis hat das schon angesprochen, die müssen auch mehr in diese Zweikämpfe gehen, die müssen auch sich dieses Selbstvertrauen in den Kleinigkeiten wieder zurückholen, ich glaube, daraus kann es wieder funktionieren, die Frage ist dann, was machen wir mit dem nächsten Spiel, aber wenn wir das mal ausklammern, glaube ich, dann kommt die Eintracht auch wieder raus, ja, denn es ist, wir dramatisieren das und wir sind da natürlich ein bisschen angefressen, weil wir gedacht haben, ach naja, komm, die Eintracht könnte da in dieser Saison doch noch ein bisschen was reißen nach oben und danach sieht es halt aktuell nicht aus und deswegen sind wir so ein bisschen, ich will nicht sagen, sauer, aber wir sind halt momentan nicht großartig euphorisch und diese Haltung, die legen wir jetzt mal ab und sagen, was ist rational noch möglich und da ist es auf jeden Fall möglich, dass wenn das Bayern-Spiel rüber ist, dass die Eintracht sich aus ihrer immer noch guten zehnten Position auch wieder nach oben kämpfen kann, aber da muss sie zu dem zurückkehren, was halt Dennis gerade richtig gesagt hat. Ja, also ich glaube, so ein Stück weit muss man halt auch sagen, ja, das war jetzt doof und das nächste Spiel wird wahrscheinlich auch nicht großartig viel besser, wobei man gegen Bayern auch schon ganz anderes gesehen hat und man da wahrscheinlich auch noch ganz anders da irgendwie auftreten kann, aber Stand jetzt, was ja auch so ein geflügeltes Sprichwort hier nach wie vor ist, sind es halt auf die Plätze vier, fünf und sechs sind es halt sechs Punkte. So zweimal richtig in den Lostopf gegriffen, einer da oben stolpert halt und dann bist du da auch schon wieder relativ dicht dran. Also die Bundesliga ist halt auch gerade, was das Thema angeht, nach wie vor relativ dicht beieinander, zumindest was so die Plätze vier bis zehn angeht. Ja, stimmt. Muss sich nur die Form beziehungsweise das, was wir alles ja schon angesprochen haben, zwingend sofort ändern. Du musst glücklich am besten gegen die Bayern gewinnen, dann bist du wieder voll drin. Nein, das stimmt auf jeden Fall, was du sagst, René. Du musst auch sagen, gerade auch das Berlin-Spiel, was ja dann nach den Bayern kommt, die sind ja noch mehr in der Scheiße drin. Also die sind ja 18, der in der Rückrundentabelle... Die sind in der Scheiße drin, wir sind es ja nicht. Ja, weil wir vorher gut gepunktet haben, aber in der Rückrunde, wie gesagt, also die haben ja wirklich zwei Punkte bisher geholt und das ist, also da können wir, ich hoffe, wir sind nicht wieder sinnloser Aufbau, Gegner für Vereine, mit denen wir jetzt hier, denen wir keine Aufbauhilfe geben wollen. Dementsprechend jetzt einfach an den Grundtugenden arbeiten und René, du sagst, das ist ja aber dann auch wieder auf der anderen Seite das Deprimierende. Du hast so große Chancen, die anderen performen ja auch ganz viele nicht oder nicht kontinuierlich gut und dann bekommst du es halt dann nicht hin, einigermaßen an ein gutes Level ranzukommen. Du hast ja Spiele gehabt, wir wollen ja hier weg von dem, wir reden alle schlecht. Nein, es ist nicht alles schlecht, aber das, was wir einfach schon angesprochen haben, was schlecht gelaufen ist, muss sich auch dringend jetzt wieder ändern, denn wir wissen, dass es ja besser können. Wir können es ja wirklich besser, aber sie zeigen es einfach momentan nicht auf dem Platz und das jetzt zwei Spiele in Folge, deshalb kann man auch verstehen, dass wir da ein bisschen deprimiert sind und auch vorher war es schon nicht alles so toll, aber da haben wir wenigstens noch genug Chancen gehabt und haben gesagt, Mann, da haben wir aber super mitgespielt und das und das, aber... Das ist der entscheidende Punkt. Sorry, wenn ich da gerade reingehe, aber du sprichst den entscheidenden Punkt an, weil der Unterschied natürlich jetzt zu den Spielen zuvor, selbst Dortmund, aber auch Bielefeld, hatten wir wenigstens noch Möglichkeiten, das haben wir halt jetzt die letzten Spiele nicht klar gehabt und da müssen sie wieder hinkommen. Ich weiß, das ist viel Arbeit, kann mir aber auch vorstellen, dass wenn wir den auch diesen ganzen Druck nicht ganz so groß werden lassen, dass vielleicht der eine oder andere auch mal wieder zurückkehrt hat und mal wieder ein paar Minuten Einsatzzeit hat. Ich sage es euch, wie es ist, ich glaube immer noch, dass ein Lammers, über den haben wir gestern kurz im Rasenfunk gesprochen, ein potenziell guter Spieler einfach ist. Das hat er aus verschiedenen Gründen momentan nicht so, dass er es auf den Platz bringen kann, aber vielleicht bekommt er jetzt irgendwie auch mal die Möglichkeit, wieder sich ranzutasten und dann erinnert euch an das Tor, was er, glaube ich, in der Hinserie gegen Wolfsburg gemacht hat. Das sah schön aus. Da ist Potenzial da. Also vielleicht, keine Ahnung, vielleicht funktioniert bei einigen und das hast du ja vorhin angesprochen, die Kuscheltaktik nicht mehr, weil Glasner hat ja jetzt gesagt, jetzt will er auch seinen Werf auch innerhalb der Mannschaft jetzt ein Stück weit ändern. Da gehe ich mal davon aus, dass der eine oder andere Spieler, Kamada, hat das ja auf dem Platz sogar schon entgegengeprescht bekommen, wo Glasner ja auf dem Platz Kamada noch in den Senkel gestellt hat. Das waren ja deutliche Worte von dem, was man so gesehen hat und ich kann mir aber auch vorstellen, dass man diese Mischung, also bei Spielern, wo du weißt, sie haben die Qualitäten, sie halten es auch mal aus, dass du die vielleicht ein bisschen jetzt härter ran nimmst und bei anderen, wo du weißt, sie haben das Potenzial, aber sie kommen bei in Frankfurt noch nicht da drauf, vielleicht dementsprechend wieder näher an den Kreis ziehst und dann mehr Optionen schaffst, die dazu führen, dass wir in der Offensive vielleicht das jetzt noch hinbekommen und nicht erst auf den Stürmer im Sommer warten müssen. Mal schauen. Gerne. Hoffe ich auch. Ich würde mit euch gerne noch einmal kurz, weil wir schon gerade auch bei dem Thema Glasner sind, auf die Thesen, die uns Matthias geschickt hat, ganz kurz eingehen. Er hat uns nämlich sechs Thesen geschickt zu Oliver Glasner, die ihn in seiner Einschätzung dazu führen, dass er sagt, Glasner und die Eintracht, das passt nicht so wirklich zusammen. Jetzt würde ich gerne mal kurz eure Meinung dazu hören. Und These 1 ist, wo er sagt, unter Oliver Glasner sind die damaligen Leistungsträgner allesamt im Tief. Eure Meinung dazu? Ich würde grundsätzlich nicht vorbehaltlos zustimmen. Das ist aber jetzt auch eine sehr große Ausrede. Nein, aber es ist im Grundsatz so, dass ich merke, es sind einige, da brauchen wir auch nicht drum herum reden, auf jeden Fall einige Spieler, die momentan nicht im Leistungstopp-Niveau sind. Wir haben über Hinterecke die Wochen gesprochen, jetzt wird es langsam ein bisschen besser. Wir sehen das unfassbare Leistungstief bei Kamada, der in der letzten Serie wirklich eine der tragenden Punkte war. Aber dazu kommt natürlich auch noch, dass jemand wie Kostic auch gerade nicht so richtig performt, aber dann darfst du halt nicht außen vor lassen. Dass wir immer noch eine angespannte Abnehmer fehlt. Ja, und eine angespannte Gesundheitssituation haben. Also ich meine, es ist klar, dass da immer was dazu kommt. Und viele von uns hatten halt auch mal irgendwie kurzzeitig, ich meine, Eim und Backhop, dass der gar nicht mehr rankam, hängt auch damit zusammen, dass er irgendwie mindestens einmal jetzt schon Corona hatte. Da sind halt viele dabei, die irgendwie auch belastet werden. Trotzdem ist es so, dass viele nicht an ihr Leistungsmaximum rankommen. Andererseits würde ich auch sagen, dass ein Entdiker beispielsweise dadurch, dass er regelmäßiges Spiel sich verbessert gezeigt hat. Und ich würde auch sagen, dass auch ein Jibril Sow am Ende immer noch eine sehr, sehr gute Rolle spielt. Also ich kann viele Punkte verstehen, aber ich würde nicht hundertprozentig zustimmen. Und ich glaube, was jetzt auch gerade jetzt aktuell, so habe ich zumindest die Theorie im Kopf, vielleicht auch noch ein bisschen an diesem, an diesen Situationen am Platz oder seinen Anteil hat, ist natürlich, dass man mit so Spielern wie mit einem Kostic, mit einem Kamada, jetzt auch, das hatte Kröscher auch angeordnet, anfängt über deren Zukunft zu sprechen, weil die Verträge laufen im Sommer 2023 aus. Wenn du nochmal Kohle mit den Spielern machen willst, dann musst du das jetzt im kommenden Sommer wahrscheinlich tun. So, da geht natürlich ja jetzt auch so das Gedankenspiel los, so okay, wo landet die Eintracht am Ende? Kann ich hier noch irgendwas beitragen? Passt das zu meiner Entwicklung? Kann ich nochmal irgendwo hin? Der Verein muss sich die gleichen Gedanken machen. Wie viel Kohle brauche ich? Was kriege ich für den Spieler noch? Also auch sowas findet ja dann auch zum gewissen Grad auch in den Köpfen weiterhin statt. Das kannst du ja nicht einfach nur, weil jetzt Anpfiff ist, komplett ausblenden. Ja, hat, ja, ist beim einen oder anderen sicherlich auch im Kopf dabei. Das stimmt, ja. Aber man muss das auch so ein bisschen getrennt sehen. Dieses, unter ist, generell sind alle im Tief und so weiter. Das ist natürlich, kann man so nicht unterstützen, weil auch die Rückrunde, Hinrunde, muss man dann auch wieder krass unterscheidende Rückrunde. Klar, Marvin, du hast es auch schon richtig angesprochen. Ein Kostic, der, der hatte so viele Verletzungspausen, plus war Corona erkrankt, plus, 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 glaube ich. Also, er hat natürlich ja auch immer mal wieder, ist er aus dem Rhythmus gekommen und ihm fehlt einfach der eiskalte Abnehmer vorne für seine Flanken, die momentan auch nicht kommen. Das stimmt auch, da stimme ich zu, dass er im Endeffekt schon mehr Flankenpräzision gezeigt hat. Das ist, würde ich mir auch wünschen, dass das wieder ein bisschen präziser kommt. Man muss aber auch sagen, die Abnehmer vorne, es ist halt leider auch momentan keiner dabei, wo man sagt, das ist jetzt mein absoluter Zielspieler, den spiele ich jedes Mal an und der versenkt die, wie in den letzten Jahren, ob es die Büffelherde war oder hier mit unserem lieben Silva im letzten Jahr noch, das ist einfach momentan nicht gegeben und ja, das ist, kann ich, kann ich dann Kostic, muss ich in Anführungszeichen ein bisschen in Schutz nehmen, Kamada, natürlich, er performt nicht, aber es ist vielleicht auch zu viel, es ist auch vielleicht zu, Kamada kann es einfach momentan nicht leisten, was wir von ihm verlangen und dann muss man auch sagen, wie kann man ihm helfen, wer fehlt da, wie kann es gemacht werden, ein, auf der anderen Seite, Lindström haben wir schon angesprochen, er füllt dieses Loch mehr aus, er kommt immer besser ins, in rein und zeigt immer mehr Stärke, baut immer mehr auf, da natürlich ist das kein Leistungsträger von früher oder von damals, aber er nimmt natürlich dadurch auch Kamada so ein bisschen diese, vielleicht ist es die Position, dann vielleicht ist dieser Kampf, passt mit Kamada nicht, vielleicht bräuchte er einen anderen Mitspieler, vielleicht bräuchte er einen anderen Zielspieler noch vorne, man weiß ja nie, wie die alle zusammen spielen, das muss nicht mal heißen, dass es an den einzelnen Spielern liegt, sondern vielleicht ist es tatsächlich dann auch wieder ein Konzeptproblem, aber das ist es halt, wir haben auch wenige Alternativen und ich glaube, wir haben gesehen, Klaasner probiert ja doch einiges aus, mal schauen, ob es in den nächsten Wochen dann hoffentlich die von dir angesprochenen René Trainingseinheiten, Umstellungssysteme dann auch Früchte tragen, wäre schön. Seine zweite These ist keine Torchancen, das hast du ja gerade eben auch schon so ein bisschen mit erläutert, ich glaube, der krasse Unterschied zum letzten Jahr ist halt, da hatten wir einen Stürmer, jetzt haben wir halt Boree, Lindström, Kamada, die sehr gut funktionieren, aber die halt alle nicht so dieser klassische Abschlussspieler sind, der da im 16er, am 16er lauert, so wie du es ja am Wochenende bei Köln mit Modest gesehen hat, der ja einfach rein nach Instinkt schon in die Gasse reinläuft, ohne überhaupt zu gucken, ob da der Ball kommt oder nicht, einfach in der Hoffnung, dass er da hinläuft, das sind halt die Spieler, die wir da heute haben, anders da unterwegs, deswegen tue ich mich da auch extrem schwer, da jetzt zu sagen, dass das jetzt so, also das allein jetzt irgendwie da als Differenz zu sehen und zu sagen, das ist auch so ein Thema gegen Oliver Klaasner, was soll er denn halt auch machen, wenn er den Spieler nicht hat? Ja, das hatten wir ja auch bis auf die letzten zwei Spiele häufig genug, haben halt die Tore nicht gemacht. Aber in der Hinserie war es trotzdem schwieriger, also ich finde schon, das ist ein Punkt und der Hinserie war es nicht so wirklich gut, da haben wir lange unser System gesucht, das haben wir dann irgendwann einigermaßen gefunden und dann hat es auch geklappt. Es war trotzdem so, dass wir natürlich im Vergleich zu den, zu dem letzten, ja, ja, des anderen Spielleiters, das muss man so zu sagen, nicht so viele Torchancen, Tormöglichkeiten hatten, weil es irgendwie auch anders eingespielt war, die Mannschaft. Ich denke, wir sind trotzdem auf einem guten Weg, auch spielerisch diese Lösung wieder zu suchen und halt nicht nur immer überkostet, aber das ist so. Es kommt aber auch drauf an und das hat ja René eben richtig gesagt, da fehlt natürlich auch ein Stürmer und da müssen wir natürlich einpreisen, immer noch die Situation mit Corona und der finanziellen Lücke, die halt bei der Eintracht einfach da ist und dementsprechend nicht dafür gesorgt hat, dass wir unerschöpfliche Quellen haben und dann dementsprechend den Stürmer holen oder holen konnten, den wir uns gewünscht haben. Also ich glaube schon, die These ist nicht falsch, ja, aber man muss halt sie in Relation setzen. Genau. These 3, sagt er unter Oliver Klaasner, gibt es keine Stars mehr, erläutert es dann weiter und sagt, dass das System der Star ist und dass wenn alle Rädchen ineinander greifen, dann läuft es, wenn die drei da vorne allerdings nicht zusammengreifen, dann geht gar nichts. Dem würde ich tatsächlich so ein Stück weit zustimmen. Ja, sehe ich auch so. Also es ist ganz klar so, aber das ist, du hast keine Stars, wenn du irgendwie Tabellenplatz 10 und irgendwie funktionierst eh nicht so richtig gut, dann kannst du halt auch wenig klares Stars haben, aber es ist so. Also Momentan hat, wir haben ja drüber gesprochen, allerwenigsten haben jetzt gerade jetzt ein absolutes Leistungshoch und dadurch bietet sich gerade niemand als Star an. Ich glaube, dass Nenström durchaus die Möglichkeit hat, so einem solchen zu werden, aber Stand jetzt würde ich dem so zustimmen, ja. Genau. These 4 sagt er, keine Emotionen. Dem würde ich ein Stück weit widersprechen. Ich glaube schon, dass Emotionen da sind. Also beim Trainer sehe ich sie schon. Der hüpft da auch wie wild rum und gestikuliert und versucht da irgendwie auch einzugreifen. Auf dem Feld auch. Es ist natürlich auch nach wie vor eine veränderte Situation, die kommt jetzt vielleicht so ein Stück weit mit Rücker von Fans wieder, aber es war natürlich auch bislang ein von außen wenig emotionales Erlebnis und ich bleibe auch weiterhin bei meiner Aussage, die ich ja jetzt auch schon des Öfteren getroffen habe. Wir haben halt auch einfach das Problem, wir haben nicht so den einen charismatisch herausstechenden Spieler auf dem Feld, wie wir ihn mit einem Boateng noch hatten, der auch einfach mal in der Lage ist, einfach entweder mit Gestik oder halt einfach verbal da mal die Spieler auf dem Feld so richtig aufzurütteln. Das siehst du bei einzelnen Spielern immer mal wieder aufblitzen, aber so richtig den ja, den Lautsprecher da auf dem Feld, der fehlt mir aber auch schon was länger da auch. Puh, also ja, Emotionen, das ist natürlich, du hast es schon richtig angesprochen, ohne Fans, aber mit wenigen Fans und so weiter ist das immer schwierig, aber auf dem Platz selbst, nein, ich muss sagen, manchmal lassen die Spieler sich für mich viel zu sehr anstecken und spielen nicht ihren Trott weiter, gerade gegen Wolfsburg war das der Fall, wo du gedacht hast, meine Güte, ihr lasst euch so von diesen Nicklichkeiten anstecken und kommt überhaupt nicht mehr ins Spiel rein, ging mir dann eher auf die Nerven, als dass die konsequent stur ihren Fußball weitergespielt hätten, weil ich glaube, da wäre auch noch mehr drin gewesen, anstatt sich auf diese, gerade ein Spieler, der das ja von Wolfsburg in der Parade Disziplin macht, ist ja gerade unser lieber Max Kruse und da Nicklichkeiten anzuzetteln und Unruhe zu stiften, aber das ist ja wieder ein anderes Thema, sage ich jetzt mal, also ich finde, Emotion ist da, weil du hast schon richtig angesprochen, Jarkic und so weiter, es ist oft viel Tarra und bla bla auf dem Platz und die Leute schreien rum und ihr habt es ja schon angesprochen, selbst ein Glas, der lässt sich dann dazu hinreißen, da einen Kamadaton auf dem Platz nieder zu metzeln, so ungefähr, nein, das ist, Emotionen sind schon da, aber ihr habt noch einen anderen Punkt, der hier eigentlich ja mit eine große Rolle spielt, angesprochen, Führungsqualitäten, vielleicht auch so ein bisschen dieses, Zeichen setzen und mal über die Stränge schlagen an der richtigen Stelle, das funktioniert momentan nicht und das ist eher, Hinti hat das ja eigentlich so ein bisschen übernehmen sollen, bei ihm funktioniert es halt momentan einfach nicht, weil er selbst nicht so performt, wie er es sollte und dann ist es immer schwierig, das kommt, sobald die Leistung bei den Spielern wieder besser wird generell und ja, mit dem Erfolg kommt dann auch wieder dieses Standing und der kann es halt auch nicht sagen, ihr macht es besser, wenn du selbst nicht performst, das ist einfach das Problem. Ja, das ist richtig. These 5, er sagt zu, die vielen Zugänge, welche bereits bekannt sind, untermauern die existierende Unsicherheit, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie man davon kommt, dass die Eintracht jetzt schon sehr gut für die nächste Saison plant und da sich ablösefreie Spieler sichert, das als Indiz nehmen kann, dass eine existierende Unsicherheit da ist, wäre jetzt für mich irgendwie ein bisschen schwierig, da den Zusammenhang herzustellen. Ich weiß nicht, Marvin Dennis, könnt ihr das nachvollziehen? Nee, also ehrlich gesagt sehe ich es genau andersrum, denn ich sehe das jetzt natürlich aus Fansicht und wenn ich sage, ich sehe, dass Dinge festgemacht werden, dass es Transfers gibt, Kodomoani wird bald offiziell bekannt gegeben, wenn nicht noch irgendwas dazwischen kommt, denn ich gehe da nicht davon aus, dass irgendwas dazwischen kommt. Wir haben einige andere Spiele, wir haben jetzt mit der Seebe verlängert, okay, das ist jetzt relativ klar gewesen, aber wir sehen, dass da viel gebaut wird und viel gearbeitet wird. Wir haben auch ein wenig, der dann auch schon nächstes Jahr zur Eintracht stößt, beziehungsweise im Sommer. Also die Eintracht macht da viel und das sorgt für mich als Fan eigentlich eher für eine gewisse Ruhe, dass ich merke, ich bin nicht hundertprozentig zufrieden mit dem, was im Winter passiert ist und man kann auch über den Sommer, vergangenen Sommer sprechen, aber der Sommer, der jetzt kommt, da wird doch schon frühzeitig vorgebaut. Kodomoani ist eine Sache, die mehrere Jahre in the making ist, dass die jetzt finalisiert wird, da freue ich mich doch eher. Also das sorgt für mich für Vertrauen auch, mit einem Hintergrund auch, weil ich weiß, dass am Ende dieser Saison so oder so sehr viele Wechsel von der Eintracht weg gemacht werden mit aller Voraussicht nach und das wird so oder so nicht zu verhindern sein und da bin ich froh, dass wir jetzt schon einen Ersatz haben. Genau, genau Marvin, genau so ist es und auch ein ganz wichtiger Punkt ist, ich glaube, wir haben einfach auch viele Transfers jetzt schon für den Sommer gemacht, die wir gerne jetzt schon vielleicht auch gemacht hätten, die sich einfach nicht realisieren ließen. Nein, das ist einfach, wenn du natürlich schon weit in den Gesprächen bist und es trotzdem dann an übertriebenen Ablösevorstellungen oder sonst irgendwas hapert, dann ist es doch gut, dass es im Sommer soweit ist. Die Unsicherheit ist eher, du merkst, und das hat Marvin gerade auch schon richtig angesprochen, der Kader ist natürlich nicht ausgewogen und das wissen wir alle und dementsprechend sind wir doch eher froh, dass dann zumindest in relativ kurzfristiger Zeit dann hoffentlich der ein oder andere uns verstärkt, den wir lange herbeigesehnt haben. Und Marvin, ich hoffe es auch, trotz auch wenn es klar ist, dass da viele gehen, dass es nicht ist, denn so viele Bekannte, wenn ich sehe, die vielen Zugänge, welche bereits bekannt sind, also ich muss sagen, so viele und so durchschlagskräftige bekannte Transfers sind mir jetzt gar nicht zu Ohren gekommen, also da sind vielleicht zwei, drei Spieler dabei, die uns wirklich auch in der Mannschaft, in der ersten, sag ich jetzt mal, Stamm 16er Gruppierung unterstützen und voranbringen können, aber ansonsten, oder habe ich was nicht mitbekommen, keine Ahnung, weil also wenn viele gehen und nur die kommen würden, dann hätten wir hier ein krasses, ich muss sagen, Ausverkauf gehabt, das kann nicht sein, das kann nicht sein. Also das steht außer Frage, aber natürlich haben wir jetzt halt auch erst noch Februar, jetzt ist bald März, aber da wird noch ein bisschen was passieren, ich glaube trotzdem, dass wir uns halt über ein paar Abgänge halt auch klar sein müssen, dass es immer noch, wir haben immer die ewige Thematik, was ist mit Kostic, unterzeichnet er vielleicht den Langzeitvertrag nochmal bei uns und dann ist Käse gegessen und er bleibt dann bei der Eintracht. Was ist mit Evon Dika? Wir haben darüber ja gesprochen, dass es ein Spieler ist, wie gesagt, für mich nochmal ein Progress gemacht, nochmal eine Schippe draufgelegt, der wird bei allem, also keine Ahnung, wenn Paris nicht total blind ist, werden die jetzt einfach auch zugreifen. Ich habe mich ehrlich gesagt auch gewundert, dass der FC Bayern da kein Interesse hat, aber die wollen eher ablösefreie Leute holen, kann ich dann dementsprechend nachvollziehen, aber das, also da sind einige, die noch gehen, Werden, ohne Kamada vielleicht auch, Ja, klar. Genau, Kamada, das ist natürlich halt für uns jetzt eine sehr, sehr ungünstige Situation, weil Kamada, glaube ich, sein Markt wird gerade nicht in die Höhe schnell. Nicht so richtig, ne. Das müssen wir warten. Und die Sache ist immer noch, G. Bill Tso, da wird viel gemunkelt, er scheint sehr, sehr glücklich, aber du weißt nie, welches Angebot kommt, weil auch er ist einer, der eigentlich eine sehr gute Saison spielt. Ja, das ist korrekt. Und die letzte These, die, glaube ich, aus einer Fansicht absolut nachvollziehbar ist, sagt er, wir haben auch im letzten Jahr nach einer durchwachsenen Vorrunde und nach einer durchwachsenen Rückrunde, die dieses Jahr sogar noch ein Pünktchen schlechter ist, ja auch schon die Trainerfrage gestellt. Ich glaube, aus einer Fansicht ist es absolut nachvollziehbar, aber ich bleibe trotzdem in meiner Gesamtsicht dabei, dass ich weiterhin Team Klaasner bin und glaube, dass da noch durchaus was geht. Ebenfalls. Das ist aber auch der falsche Zeitpunkt. Jetzt eine Trainerfrage. Also wenn du die jetzt aufmachen würdest, dann glaube ich, haben wir noch größere Probleme und wir müssen ihm noch ein bisschen Zeit geben. Und das Blöde ist, wir haben natürlich jetzt, denn René, ich sehe es auch schon, dass du im Dokument schon zum nächsten Thema kommst. Es ist natürlich jetzt eine undenkbar schlechte Zeit, hier zu sagen, der Trainer muss jetzt schon punkten im nächsten Spiel, aber gut. Genau, nächstes Spiel gegen die Bayern, Samstagabend, erneutes Topspiel, 18.30, diesmal zu Hause. Es wird die 102. Begegnung der Eintracht gegen den FC Bayern in der Bundesliga sein und das sogar vor 25.000 Zuschauern. Die Eintracht hat ja einen Antrag gestellt, die Auslastung im Stadion nach oben zu schrauben und soweit ich das korrekterweise gelesen habe, ist dieser Antrag auch bewilligt worden und somit darf die Eintracht mit 25.000 Zuschauern zu Hause gegen die Bayern am Samstagabend spielen. Leider ohne Jakic, der hat im letzten Spiel die fünfte gelbe Karte kassiert und darf damit ins Spiel pausieren und die Bayern müssen auch leider ohne unseren allseits geschätzten Thomas Müller auflaufen, der hat nämlich erneut einen positiven Corona-Befund bekommen. Das heißt, wir werden auch leider auf die On-Field-Interviews nach dem Spiel mit Thomas Müller verzichten müssen. Ich weiß, das trifft euch jetzt sehr hart, aber da müsst ihr leider durch. Ich bin jetzt fertig. Vielleicht kann man ja irgendwie zuschalten von zu Hause. Zu Hause oder zusammenschneiden. ihm geht es ja zum Glück ganz gut. Aber es wird auf jeden Fall schon, also sagen wir mal so, die Bayern haben ja auch am Wochenende ein bisschen kurz gewackelt und dann kam aber leider Lewandowski. Es ist ja relativ egal, wer bei denen ausfällt. Du kannst ja davon ausgehen, da sind immer noch mindestens zwei absolute Topspieler auf dem Feld und das wird natürlich eine Herausforderung. Aber wir haben ja auch durchaus gezeigt, dass wir solche Herausforderungen gegen die Bayern auch gerne mal annehmen. In der Hinrunde die Punkte geholt. Es gab ja auch schon großartige 5-zu-1-Siege gegen die Bayern. Also da ist ja auch, das ist ja auch so ein klassisches Spiel, wo ja irgendwie alles und nichts möglich ist. Also ich bin durchaus ein bisschen motiviert und glaube, dass da noch was gehen kann. Aber jetzt bin ich mal gespannt, was so eure Einschätzung für dieses Spiel ist. Wow, don't ask me. Doch, tue ich. Ja, das Problem ist, ja, ich will ja auch diese Situation da gar nicht bemühen, dass ich jetzt höre, dass wir bei den Topspielen eigentlich in der letzten Zeit immer ganz schlecht aussahen und noch nicht mal Tore geschossen haben. Das hat sich ja jetzt immer wieder, ja, das hat sich immer wieder bewahrheitet. Ich habe da echt ein bisschen bammelt, muss ich sagen, und gegen die Bayern, die natürlich auch gerade so ein bisschen, die sind in einer okayen Form, es ist nicht 100 Prozent, die sind normalerweise in schlechten Tagen schlagbar, was ja auch andere Gegner jetzt schon gezeigt haben. Aber irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass gerade die Situation richtig ist. Allerdings muss man auch sagen, die Nachricht heute mit den 25.000, was zum ersten Mal seit längerer Zeit auch mal wieder der Fall sein wird. Ich habe gehört, der Run auf die Karten ist groß. Die ersten 10.000 sind ja eh schon schnell weggegangen. Die waren schnell weg, ja. Ja, und jetzt auch die 25.000 werden auch safe irgendwie ausverkauft sein. Also ich gehe davon aus, dass da vielleicht mal wieder ein bisschen eine andere Stimmung dann da ist. das kann vielleicht dazu beitragen. Ansonsten muss ich viel hoffen und hoffen, dass der Dennis vielleicht mehr positive Vibes hat. Oh, Marvin, es ist super schwierig. Also die Eintracht in der Form, die er die letzten zwei Spiele gezeigt hat, wird es echt knackig. Und nun musst du einfach aufpassen, dass du nicht früh unter die Räder kommst. Ja, also ich kann nur hoffen, René, was du vorhin gesagt hast, dass wir das in dieser Woche schon sehen, die neu eingespielten Spielzüge vielleicht aus dem Standard was reißen, dieses berühmte, dreckige Siegtor irgendwie machen. Oder ein Punkt wäre ja schon ein Riesenerfolg. Musst du einfach, in der aktuellen Leistungskurve wäre es einfach schon ein Riesenerfolg, gegen die Bayern zu punkten. Und ja, das A und O ist dafür, Tore zu machen von. Dann darfst du auch dir hinten der klassische Phrasenschweinspruch, dann darfst du auch hinten einen fangen. Das ist so. Das ist einfach, wir müssen einfach versuchen, unsere Chancen, die wir ja selbst in den Spielen haben, wo wir gesagt haben, wir hatten eigentlich keine Chance, wie jetzt gegen Köln. Das stimmt ja nicht. Sondern es waren halt so Halbchancen. Und die musst du halt dann konsequenter fertig spielen, musst du sie haben. Die wirst du auch gegen die Bayern. Auch die Bayern sind nicht unfehlbar. Und die Bayern haben auch schon, ihr habt es angesprochen, letztes Spiel gegen Fürth, hat auch eine 1-0 hinten gelegen, muss das dann halt irgendwie versuchen, über die Zeit zu bringen. Wirklich hier nochmal volle Motivation. Ich bin nicht ganz total deprimiert, dass jetzt die Bayern am Wochenende sind, weil vielleicht kann dann auch danach dann der komplette Neustart kommen. Ich bin aber gespannt, ob wir zumindest ein anderes Gesicht der Mannschaft sehen, ob es daran liegt, dass die Bayern kommen und die Spieler sind super motiviert und Kostic zeigt mal wieder richtig, was er kann auf der Seite, auch so ein bisschen ein Schaufenster sich zu stellen. Würde ich mir wünschen, weil dann können wir spätestens im darauffolgenden Spiel darauf wieder aufbauen. Und das ist eigentlich das, was ich mir erhoffe. Und wenn wir dir hier noch was Zählbares mit rausnehmen, René, also ich hoffe, du kannst jetzt noch mehr motivieren, weil dann reden wir uns auf jeden Fall zum Sieg. Ja, Bayern-Spieler haben halt immer irgendwie so diesen besonderen Vibe, finde ich. Du hast in meiner Wahrnehmung, jetzt bin ich kein Spieler, sondern einfach nur Fan, aber du hast halt immer schon mal eine ganz andere Grundmotivation, weil es geht halt gegen einen Gegner, mit dem du was verbindest, den du oft genug gesehen hast, den du nie leiden konntest. Das ist halt immer schon mal so eine gewisse Grundmotivation. Dann hast du die Fans, das heißt, du musst dich jetzt nicht großartig damit beschäftigen, dich irgendwie für dieses Spiel motivieren zu müssen, weil das passiert zu einem gewissen Grad automatisch. Du musst auch gegen die Bayern nicht zwingend das Spiel machen. Es erwartet keiner von dir, dass du denen dein Spiel aufzwingst, sondern es wird von dir eigentlich nur erwartet, dass du eklig bist auf dem Platz, dass du sie ärgerst, dass du Chancen kreierst, dass du sie auf die Probe stellst, aber es erwartet keiner von dir, dass du 90 Minuten die Bayern auf dem Feld diktierst. Das gibt ja halt ganz andere Freiheiten in so einem Spiel als jetzt gegen Köln, gegen Fürth, gegen Bochum, wo halt eine ganz andere Erwartungshaltung dir als Mannschaft und Spieler gegenüber ist. Und ich finde schon, dass das in meinem Kopf zumindest in der aktuellen Situation uns ein bisschen Freiheit und vielleicht auch Befreiung gibt, uns auf das zu konzentrieren, wo wir besser werden müssen, nämlich auf das Thema Fußballspielen. Ja, es ist eine Möglichkeit da. Ich merke, du hast ein wenig Koffein intus und hast für eine Motivationsrede, ja, wie soll ich sagen, aufgehalten, angehalten und das fand ich ganz gut. Ich bin jetzt ein bisschen mehr motiviert. Ah, siehste. Erste Aufgabe für heute erledigt. Ja, okay. Sehr schön. Dann lehne ich mich jetzt entspannt zurück, lieber Marvin, und du sagst mir, mit welcher Aufstellung wir das machen. Ja, schwierige Käse. Ja, es ist nicht ganz so easy, weil natürlich sind jetzt mehrere Dinge in meinem Kopf, aber ich fange mal mit Kevin Trapp an. Ich gehe mit Indica hinter Egger und Tutor. Das ist ganz klar. Das heißt auch für mich, dass ich wieder mit einer Dreierkette dann unterwegs bin. Ich habe ja in der vorherigen Ausgabe schon gesagt, dass ich mir auch eine Viererkette gut wünschen würde. Ah ja, wir lassen es. Das scheint ja eine fixe Idee von mir gewesen zu sein. Links geht es nicht anders. Nehmen wir wieder Kostic. Ja. Jakic ist nicht verfügbar. Das heißt für mich, dass wir mit So und Rode im defensiven Verbund sind. Dementsprechend rechts würde ich da Kosta setzen. Ja. Ich würde da Kosta setzen, weil wenn wir gegen die Bayern spielen, dann ist da mal eine defensivere Variante in Ordnung. Aber da Kosta hat ja schon das eine oder andere sehr gute Spiel gegen die Bayern gezeigt, auch im Pokal. Insofern war das nicht verkehrt. Das heißt für mich, dadurch, dass Jakic ja ausfällt, habe ich eine Position, die ich dann entweder auf der Zehn besetzen könnte. Und ich muss ganz ehrlich sagen, er wurde angekackt. Ja, kam an. Aber jetzt ist das vielleicht für ihn die Chance, nochmal zu zeigen, dass er es auch besser kann. Weil natürlich alle Augen auf ihn gerichtet. Am Samstagabend gegen so einen Top-Level-Gegner, wenn er woanders hinwechseln will, muss er sich auch da gut präsentieren. Also das heißt, Eigenmotivation könnte eventuell da ein Punkt sein für Kamada dementsprechend. Vor, So und Rode und natürlich die beiden Spitzen, Boree und Lindström. Einwände. Ich hätte auf jeden Fall einen Spieler reingebracht, der mir ein bisschen, ja, Variabilität in Abschlüssen aus der zweiten Reihe plus auch gezeigt hat, dass er Freistöße gut verwerten kann. Und Russitsch hätte ich eigentlich gerne in der Startelf gesehen. Das war natürlich heute die Meldung nicht so toll, dass er da weggerutscht ist. Mal gucken, wie er überhaupt dann zur Verfügung steht. Wäre dann wahrscheinlich mein Ersatz für einen Kamada. Prinzipiell in so einem Spiel, ob man das jetzt gegen die Bayern anfangen sollte, dieses Defensivverbundwerk, was jetzt einigermaßen gegen Köln funktioniert hat, wieder auseinanderzureißen, zu sagen, wir machen eine Viererkette und am besten dann links mit Lenz rein, der ja auch eigentlich solide. Das ist ja gerade das mit den Freistößen und so weiter. Aber fangen wir es gar nicht an, hier jetzt das System umzuwerfen. Wir sagen, selbe System wie gegen Köln. Aber ich würde statt einem Kamada, Marvin, was du gesagt hast, gerne einen Russitsch auf dem Platz sehen. Ansonsten gerne Linström, Boreda vor. Also sozusagen Russitsch so ein bisschen zwischen den Reihen. Ich glaube, das kann er spielen. Ich glaube auch, dass er jemand ist, der uns ein bisschen einfach noch eine Variabilität in den Abschlüssen oder in den Situationen bringt. Denn es hat wieder gefehlt oder in den letzten Spielen oder häufiger war das jetzt schon, dass wenn mal ein Schüsschen kam, gut, Bore hat es mal versucht, aber so diese aus der zweiten Reihe mal gefährlich, aufs Tor zu schießen, das kann ein So. Vielleicht traut er sich dann auch wieder und kann ein bisschen im Wechsel mit Russitsch spielen. Wird mir gefallen. Und dementsprechend, also ich bin, deine Aufstellung, Marvin, gehe ich voll mit. Aber ich würde Russitsch noch statt Kamada einsetzen. Kann ich nachvollziehen. René? Ich war auch erst am Überlegen, bei Russitsch den irgendwie einzubauen, weil man darf natürlich auch nicht vergessen, er hat gegen Stuttgart halt einfach zwei Buden gemacht und uns damit die Punkte gesichert. Ist schon so ein bisschen deprimierend wahrscheinlich für ihn auch, dass er da jetzt irgendwie überhaupt nicht zum Zug kommt. Ich hätte ihn jetzt aber gedanklich dann schon eher als Einwechselspieler dann auch gesehen und nicht in der Startelf, weil Rode wird bei Leibe keine 90 Minuten durchhalten und dann wäre er wahrscheinlich derjenige, den ich für Rode einwechseln würde. Ich würde auf einer anderen Position tatsächlich anders aufstellen. Ich glaube nämlich nicht, dass Kamada spielen wird. Und dann würde meine Offensive würde dann wie folgt aussehen. Und ich weiß, sie ist wahrscheinlich maximal unpopulär. Ich würde es trotzdem versuchen, Lindström auf dieser Zehner-Position, der vielleicht auch so ein bisschen nach rechts rausrotieren kann. Und wenn er das macht, dann lässt sich Boree ein bisschen fallen, um dann die Spälle nach vorne zu einem Sam Lammers zu spielen, der, glaube ich, nämlich meiner Meinung nach spielen wird. Okay. Dann kannst du nämlich auch mal tatsächlich wieder mit Flanken agieren, weil dann hast du jemanden, der auch mit einem Kopf was anlegen kann. Du, also... Ich glaube, der ist auch... Du hast es ja gesagt, Marvin, ihr hattet ja im Rasenfunk auch darüber gesprochen. Das ist halt prinzipiell einer, der weiß, wo es vorsteht, der weiß, wie er den Ball da hinbringen muss. Die Bayern haben halt auch Ulreich im Tor, weil Neuer nach wie vor verletzt ist. Da hätte ich halt gern einen, der auch mal weiß, wie er den Ball gefährlich aufs Tor bringen kann. Ich würde das auch nehmen. Also das... Ich sperre mich dagegen nicht. Ich glaube, Kreativität ist auch bei einem Spiel, wo du nicht zwingend, oder nicht zwingend, das ist ja sehr wohlwollend gesagt, wo du nicht drei Punkte einplanst, ist das durchaus eine Option. Ich könnte mir das auch vorstellen, wenn er sich das zutraut, wenn Lama sagt, ja, nein, ich habe da Bock drauf, ich bin auch mental fit genug, dann go for it. Why not? Also von mir aus. Vollkommen okay. Gegen die Bayern hast du diesmal noch weniger zu verlieren als sonst. Und wenn es die Möglichkeit gibt, da ein bisschen zu improvisieren, wenn du das aber auch gedanklich dann rausnimmst, wenn du sagst, okay, wir haben jetzt 4-0 verloren, das hängt uns jetzt nicht nach, wenn du mit da reingehst, sondern wirklich nur was zu gewinnen hast, warum nicht? Klar. Aber ich glaube, das ist hier das Problem, denn ich kann mir vorstellen, dass Lammers nicht eine, ja, gegen die Kanten in der Abwehr von Bayern da vorne gar nichts reißt und er ja dann zur Halbzeit wieder rausgenommen wird, das glaube ich, würde ihn noch mehr verbrennen, als er so oder so schon, oder eigentlich kannst du ihn gar nicht weiter verbrennen, als es schon passiert ist, aber das ist, das ist, glaube ich, weiß ich nicht, keine Ahnung, gegen Mannschaften, die eher unten, wo er performen muss, hätte ich ihn eigentlich lieber gerne mal gesehen, damit er mal von Anfang an zeigen kann, was er kann gegen die Bayern. Ja, man kann es natürlich immer probieren, aber da muss ich fast sagen, ist er jemand, der auch schon bei der Eintracht gezeigt hat, dass er es kann, der auch ja wieder zur Verfügung stehen müsste, ein Patienzjahr als Ziel-Tor-Jäger oder Zielspieler für Flanken von Kostic und Co., wahrscheinlich sogar in meinen Augen eher die Variante, die man hier bringen kann da, aber wie gesagt, ich bin auch, also das ist sowieso für mich ganz schwierig einzuschätzen, denn ein Lammers, wenn man sieht, was er angeblich an Qualität hat und was wir bisher auf dem Platz gesehen haben, dann sind das ja Welten, das ist unglaublich und es wäre schade, wenn er gerade in so einer Situation natürlich frei aufspielen kann und macht da die Bude und wird zum Helden für die nächsten, ja was weiß ich, wie viele Spiele wir jetzt überhaupt noch haben, aber das kann natürlich auch schnell zu einem Schalter, dass der umgelegt wird und Lammers dann auch in den nächsten Spielen eine Option ist. Das wäre natürlich toll, also wünschen würde ich es ihm. Ich glaube es nur leider nicht. Ja, lassen wir uns mal ein bisschen überraschen, wir haben jetzt ja so ein bisschen drei leicht unterschiedliche Varianten gehabt. Ich packe euch mal ein Bild von der Variante, die Marvin als erstes genannt hat, in die Show Notes und dann können wir uns nächste Woche mal drüber unterhalten, wie denn die tatsächliche Aufstellung dann am Ende war. Und jetzt brauchen wir aber noch Ergebnistipps und da darf der Marvin schon wieder anfangen, der steht nämlich hier in der Liste. Was ist denn dein Tipp für das Spiel am Samstag gegen die Bayern? Ich mache jetzt eine Einschränkung und sage, weil ich mich so angefreundet habe mit deiner Aufstellung, wähle ich eine 1-0 für die Eintracht. Oh, sehr schön. Dennis? 1-1. Ich glaube, Lewandowski wird nicht zu stoppen sein, er wird mindestens eine Bude machen, deswegen gehe ich mit dem Standard-Tipp, dem 2-1. Was aber ja dann immerhin drei Punkte für die Eintracht wäre. Ich würde alle drei Ergebnisse unterschreiben und eure beiden mit Kusshand nehmen. Es wäre natürlich ein Riesending, stell dir das vor, du kannst hier diesen Schalter umlegen und das wäre so schön, das wäre so schön, ja. Schön, gefällt mir. Let's do it like in die Hinrunde. Gut, damit haben wir aktuelle, laufende Fußballgeschehnisse soweit abgehandelt und können noch auf unseren anderen Themenkomplex gucken, nämlich das Thema U23 und das Nachwuchsleistungszentrum. Wir hatten das ja letzte Woche kurz angeteasert und hatten euch ja auch drum gebeten, schickt uns mal eure Meinung, was haltet ihr von dem Thema U23, Nachwuchsleistungszentrum, etc. Und mittlerweile gab es dann ja auch die Bestätigung, dass der Antrag der Eintracht einer Eingliederung, der Eingliederung einer zweiten Mannschaft in der Hessenliga vom hessischen Fußballverband angenommen wurde. Das heißt, ab der Saison 2022-23 stellt die Eintracht wieder eine zweite Mannschaft in der Hessenliga und ich glaube, offiziell bestätigt ist es nicht, aber es scheint ja das sehr offensichtliche Gerücht zu sein, dass wir quasi... Bestätigt. Ist das bestätigt, dass wir den Platz von Hessen 3 Eich einnehmen? Ach so, die Eintracht hatte es ja selber geschrieben, dass es jetzt auch klar ist. Ach so, du meinst mit der Genehmigung dürfte, da müsste ich noch mal nachgucken, aber auf jeden Fall, es wird auf jeden Fall Hessen 3 Eich sein, das ist ganz klar. Das hängt auch da noch mit zusammen, was dann im Endeffekt bei rumkommt. Da werden wir gleich drüber sprechen, wer auch da alles eingesetzt wird. Es wird auf jeden Fall die Lizenz von Hessen 3 Eich. Es gab ja zuvor auch schon enge Kooperationen mit der Frankfurter Eintracht und Hessen 3 Eich. Da wurden ja Leute wie Bomber auch eingesetzt, man hat das ja, da haben wir auch schon probiert, schon irgendwie den Kreis da enger zu ziehen. Das hat dann halt nicht so hundertprozentig funktioniert, aber man kann davon ausgehen. Und das heißt also für uns Start in der Hessenliga. Genau, das heißt für uns Start in der Hessenliga und nach aktuellen Gerüchten eines Mittelkontrollers, großen Boulevardplatz scheint auch die erste Personalie, was Verantwortlichkeiten angeht, bekannt zu sein. Es soll nämlich ein alter bekannter sportlicher Leiter für die Bereiche U23 bis U16 werden. Jemand, der bislang Vorstand Sport bei Hessen 3 Eich war, nämlich ein gewisser Patrick Ochs. Ja, interessant. Kann ich ehrlich gesagt aus fachlicher Perspektive, was er jetzt dort gemacht hat, kaum bewerten, wenn ich ehrlich bin. Das wäre nicht seriös. Ich muss sagen, war ein Spieler, von dem ich früher viel gehalten habe. Dann ist er dummerweise zu falschen Vereinen gewechselt und dann war es auch schnell vorbei mit der Karriere. War ja auch einer der Kapitäne der Frankfurter Eintracht, früher echt ein wichtiger Spieler gewesen. Hatte mich emotional so ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Ist auch für seine Karriere nicht optimal gewesen. Jetzt ist er aber wieder im Verbund der Eintracht-Familie und jetzt halt dann dementsprechend auch wohl in offizieller Position. Ich bin mal gespannt. Im Endeffekt ist es so, dass er natürlich auch jetzt Andi Möller ablöst mit der Verantwortlichkeit. Mal gucken. Dennis, was ist da dein Take dazu? Ja, nein, bin ich voll dabei. Leider kann ich auch zu seiner Leistung, die er bis jetzt da geleistet hat, gar nichts sagen, weil ich es nicht verfolgt habe. Aber neuer Wind und jemand, der auf jeden Fall früher sportlich gute Leistungen gezeigt hat, denke ich, passt wieder. Schauen wir. Also das kann momentan und so sind ja die Stimmen. Da ist ja viel auch nicht so toll gelaufen. Jetzt wieder die letzten Monate. Es spricht ja jetzt hier wieder von einem Neustart, von einem nochmal neuen, ja, eigentlich, ja, Neustart, Neubeginn, wie auch immer man sagen will und da kann Patrick Ochs schon gute Impulse, denke ich, bieten und ja, würde mir auf jeden Fall gefallen, wenn man wieder mehr von diesen Klassen auch mitbekommt, dass das wirklich auch wieder emotionaler alles wird und ja, dementsprechend eine U23 generell zu diesem Take. Ja, es ist ja, wir haben da ja schon auch in ganz vielen Folgen hier drüber gesprochen, wie oft dieser Sprung dann doch verfehlt wurde, Talente abgegangen sind, die einfach in der U23 vielleicht dann hätten spielen können, aufgebaut werden hätten können. Also ich denke, es ist eine logische Situation. Hessenliga ist, was ist das, fünfte Liga? Fünfte Liga ist es tatsächlich. Fünfte Liga, also ist, ja, glaube ich, das höchstmögliche, was wir jetzt irgendwie realisieren konnten. Da musst du halt eben nochmal ein paar Jahre investieren. Es wird auch nicht einfach, sicherlich jetzt wieder ganz oben anzugreifen. Es ist ja auch dann immer eine Kostenfrage, wann, umso höher du spielst, umso krasser wird es natürlich auch mit den, mit den Ausgaben. Aber muss man, muss man schauen. Also ich denke schon, dass uns das weiterbringen kann, denn die Leihposition, die wir alle immer gesagt haben, ach, was wäre das toll, wenn eine gute Leihkooperation und so weiter, es hat ja alles nicht so richtig funktioniert. Und dementsprechend logische Konsequenz, selbst wieder in die Hand zu nehmen, ein paar Euro zu investieren und ja, vielleicht sehen oder haben wir hier die Möglichkeiten, dann auch das ein oder andere Talent mal für diese Zeit auch mal in diese zweite Mannschaft zu stecken, damit sie einfach in Ruhe wachsen können. Das fehlt halt momentan. Also da will ich ganz, sorry, will ich ganz kurz mehrere Aspekte nochmal beleuchten, weil wir haben ja, bleiben wir nochmal ganz kurz bei der Personalie, jetzt macht sie gerade Geräusche, Webseite stumm schalten, bei der Personalie Patrick Ox. Da ist es natürlich schon so, dass ich mich frage, was das auf eine, oder welche Auswirkungen das auf die anderen hat. Also aktueller U19-Trainer, was macht er? Ist das abgestimmt mit ihm oder wie geht Jürgen Kramny dann damit um? Also für mich ist das, weil Jürgen Kramny hat ja durchaus, hatte man ja gehört, eigentlich eine solide Arbeit, ist Platz 6 mit der U19 eigentlich wirklich okay dabei, also keine schlechte Arbeit gemacht, ist ja auch ehemaliger Cheftrainer auch in der Bundesliga schon gewesen. Wir haben Erwin Skeler, der Trainer der U17, die es ja auch durch die ganze Zeit auch nicht leicht hatte, ist dementsprechend auf Platz 12 gerade okay unter dem FSV Frankfurt, also vielleicht nicht hundertprozentig geil, aber ich will nur sagen, also das sind ja auch alles Positionen, da gab es ja sehr, sehr viel Wandel, erinnern wir uns noch, dass vor einer Weile Bräuch und Polenz noch da waren, die sind auch alle wieder weg. Also da muss jetzt natürlich mal, also auch mal das ganze Konstrukt fester gezurrt werden. Die Frage ist nur, was sagt denn Kramny dazu? Weil normalerweise ich gedacht, okay, dass er vielleicht dann aufrückt und halt die zweite Mannschaft betreut, das muss man abwarten. Ich hoffe, dass das gut geht, aber Dennis hat ja... Das ist ja nicht gesagt, also er ist ja nicht, Ochs ist ja nicht Trainer, sondern er ist ja sportlicher Leiter. Also er wäre ja quasi verantwortlich und wäre über allen Trainern der jeweiligen Teams. Du kannst ja immer noch den Move machen und sagen, ein Ibertsberger, der bislang Co-Trainer für die U19 war, macht das in Zukunft als Cheftrainer und ein Kramny ziehst du nach oben, der dann die U23 als Chefcoach leitet. Also die Möglichkeit hast du ja immer noch. Das ist ja erst mal nicht gesetzt. Nö, definitiv. Also das wäre tatsächlich sogar ganz, das würde ich sogar ganz interessant finden. Ich finde einen großen Benefit in der Personalie Ochs, wenn das jetzt wirklich so kommt, das ist ja noch nichts bestätigt, sondern das ist ja erst mal eins der etwas offensichtlicheren Geräusche, nicht Geräusche, sondern Gerüchte, dass er diesen ganzen, dieses ganze Thema ja einmal durchlaufen ist. Also er kennt ja aus seinen Anfängen, wie er Profi geworden ist, wie das ist aus einem Nachwuchsleistungszentrum der Eintracht, weil er hat ja komplett alle Jugendmannschaften damals mitgemacht. Er ist ja aus der Jugend der Eintracht damals zu den Bayern-Amateuren und dann zur Eintracht zurück und hat da ja in der zweiten Mannschaft und dann auch in der ersten Mannschaft gespielt. Also er hat einmal diese Erfahrung ja gemacht. Das heißt, er kann das ja auch aus dem Inneren dieses Prozesses beleuchten. Das finde ich ist halt schon ein gewisser Vorteil, auch zu sagen so, okay, was hat bei mir damals funktioniert, warum hat das funktioniert und was muss ich vielleicht auch mit der heutigen Zeit geändert haben, damit das wieder funktioniert. Und das finde ich immer einfacher, von jemandem beurteilen zu lassen, der das halt einmal gemacht hat und der dann nicht einfach nur von außen drauf guckt. Finde ich ein valides Argument, kann ich mir auch vorstellen. Ich hoffe, dass das dann auch so passiert, aber grundsätzlich nichts verkehrt und er kennt natürlich auch die Eintracht, das ist auch ein zusätzlicher Vorteil. Aber ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Ich würde dann noch mal ganz kurz auf den Aspekt sprechen kommen, weil Dennis ja schon sehr viele Aspekte zu U19 genannt hat, wo ich noch mal ganz gern über, ja, also was ist damit möglich? Ich finde natürlich schon, dass die fünfte Liga niemals das Ziel sein kann. Ja, das ist viel, 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 viel zu wenig und da muss natürlich ein bisschen was passieren. Und da ist ja auch der Plan der Eintracht, die jetzt mit wenig einen Spieler der Bayern verpflichtet haben, der ja dort auch dann schon spielen soll, der, glaube ich, 17, 18 ist, also noch ein echt junger Kerl. Genau, und da geht es ja dann auch darum, auch die nächste Stufe zu erreichen. Also ich glaube, das Erste, wo es wirklich einigermaßen competitive sein wird, ist die vierte Liga. Das ist dann, das kann ich mir vorstellen, dass die, das, also da kann ich mir vorstellen, dass das irgendwie funktioniert und das heißt Regionalliga Süd, wenn ich richtig bin. Ja, ist korrekt. Ja, ich glaube schon, dass das das Ziel sein wird und Ziel sein muss, da hinzukommen. Denn es hat ja jetzt für ihn nur den Punkt gebracht, der Talententwicklung oder Talenten eine Möglichkeit zu geben. Ich finde so eine U23, die halt auch in einem gewissen Wettbewerbscharakter spielt, auch gut, um vielleicht junge Spieler, die du im Kader hast, ihnen halt einfach mal Spielpraxis zu geben, um eben nicht in die Situation zu kommen, einen Spieler, der halt jetzt einfach ein halbes Jahr überhaupt nicht gespielt hat, den du aber an irgendeinem Punkt einsetzen musst, vielleicht sogar, weil dein Kader auf gewissen Positionen zu dünn ist, du den quasi direkt kalt aus dem Stehgreif in so eine Bundesliga-Situation zu werfen und du zumindest zum gewissen Grad sicherstellen kannst, dass sie in irgendeiner Art und Weise Spielpraxis sammeln konnten. Das ist für mich halt auch noch ein Aspekt, der durchaus wichtig ist. In der vierten, fünften Liga, es ist halt teilweise doch ein ganz anderer Fußball, muss man einfach dann doch klar sagen. Es ist ein anderer Fußball. Du hast mir ja nicht recht. Ja klar, aber es ist halt immerhin Fußball, den du über 90 Minuten gespielt hast. Ja, okay, das schon, aber ich glaube, es ist eher meiner Meinung nach geeigneter für diese ganzen Situationen, dass du Spieler ja auch verpflichtet hast, die natürlich dann hier total unzufrieden waren, weil sie überhaupt keine Spielzeit bekommen haben, weil sie überhaupt keine Chance bekommen haben, die natürlich auch so ein bisschen mal genauer und auch ein paar Spiele hintereinander sicherlich auch mal ranführen zu können. Diese Mannschaften, die du ja oft, oder die Spieler besser gesagt, die du oft ins kalt Wasser, wie du sagst, wirfst in der Bundesliga-Runde, in der A-Mannschaft, wirst du das in 99 Prozent der Fälle, oder sagen wir, vielleicht in 90 Prozent der Fälle, wirst du es nicht machen, weil du einfach diese Gefahr hast, wenn die Mannschaft nicht total, und wir haben einfach im Moment auch nicht performt, dass du sagst, wir können ohne Probleme jetzt mal hier hin und her wechseln und ach, das System läuft sowieso und ein paar kleine Wechsel, das tut gut und kannst die Spieler ranführen. Ich glaube, für diese Spielertypen ist so eine U23 gar nicht schlecht, damit auch ein Glasner sich noch mehr, und natürlich in Absprache mit dem ganzen Trainerteam, sportliche Leiter und so weiter, dann so eine Übergangsform zu machen und zu sagen, hey, der hat hier total performt und der drängt und der muss, und da die Spieler irgendwie in diesen Positionen anzubieten. Ob dann das andere von oben nach unten, und weil er jetzt mal zwei Monate nicht gespielt hat, weil er ein bisschen verletzt war, und dann wieder ranzuführen, das glaube ich ist schwierig, weil wenn die mal diese Klasse oben gespielt haben und so weiter, das ist anders nochmal als für Spieler, die hier noch nie einen Fuß in der Tür hatten. Wenn die mal einen Fuß drin hatten, dann ist es glaube ich auch einfacher, wieder in die A-Mannschaft zu kommen. Ja, also wenn sie einen Fuß drin hatten, glaube ich, ist es relativ einfach, was du gerade gesagt hast, denke ich auch. Ich kann mir auch vorstellen, dass der ein oder andere Spieler, der momentan halt überhaupt keine Einsatzzeit bekommt und bei uns dann frustriert, gerade in der A-Mannschaft, dann schon deine Chance wenigstens nutzen kann, ich sage mal ganz ehrlich. Wenn du, selbst wenn du in der 5. Liga in 10 Spielen 25 Tore geschossen hast, dann wird auch gerade bei dem aktuellen Sturm sicher niemand sagen, hey, der hat bei uns gar keine Chance. Also ich kraftifiziere das Ganze mal. Aber das ist ja durchaus so. Und was bedeutet das? Wir haben Spieler wie Infoti beispielsweise, das ist ein Perspektivspieler, aber der hat momentan kaum Einsatzzeit, gar nicht, gar keine Einsatzzeit. Jan Schröder, Linksverteidiger, gar nicht schlecht ist überhaupt so jemanden, haben auf so einer Position. Aber was mache ich mit dem? Dian Dramei beispielsweise, wenn der jetzt von der Verletzung wieder zurückkommt, ist es ja auch so, das ist ja vielleicht gar nicht verkehrt, dem als Torhüter erstmal wieder ein paar Spiele zu geben, damit er dann irgendwie als zweiter Torhüter reinkommen kann. Also das sind genau die Punkte, die helfen dir dann tatsächlich auch in der 5. Liga, abgesehen davon, dass das Ziel sein muss, mindestens in die 4. zu kommen. In die 3. natürlich wäre optimalerweise auch, da gibt es ja Freiburg 2, aber da will ich eigentlich noch einen anderen Punkt mit euch aufmachen, aber ich weiß nicht, ob René nochmal zu der grundsätzlichen Sache was sagen will oder ob ich den Punkt schon mal aufmachen soll. Du darfst diesen Punkt liebend gerne aufmachen. Ja, es ist natürlich schon so, dass also in der 3. Liga, da habe ich schon meine Probleme, also ich kann auch andere Vereine verstehen, die sagen, in der 4. Liga mit Zweitvertretung ist auch schon scheiße und in der 3. Liga multipliziert sich das halt, die Scheißigkeit für Traditionsvereine. Dass halt ein Verein wie Kaiserslautern eher keinen Bock hat, gegen eine Zweitvertretung und der Frankfurt oder Eintracht zu spielen. Weil da brauchen wir uns nichts vormachen. Das ist halt nie so geil attraktiv. Wenn es einmal da ist, okay, dann freut man sich und da kommen viele Fans. Aber in der Regel ist halt Zweitvertretung, die schlimmsten Spiele, die ich beim FSV gesehen habe, waren so gegen Zweitvertretungen wie Mainz, wie Freiburg. Da waren perspektivisch gute Spiele dabei, aber es nervt einfach. Das ist scheiße und du fühlst dich eigentlich in so einer komischen Reserve-Liga. Aber jetzt will ich eigentlich sagen, eine Reserve-Liga wäre für mich eigentlich das Optimale gewesen. Das ist in der Bundesliga nicht so wirklich durchdacht. Ein Kollege hatte mich heute bei Twitter darauf hingewiesen, dass es das aber sogar mal gab. Es gab eine Bundesliga-Reserverunde 1994, 1995. Da war die Eintracht sogar auch immer im Halbfinale. Wo du quasi nur zweite Mannschaften der Bundesligisten und vielleicht sogar noch Zweitligisten oder irgendwas drin hast. Genau. Und das war eigentlich eine gute Idee. Das fand ich eigentlich, ich wusste nicht, dass es das gab. Ich wurde erst darauf hingewiesen. Für mich war das so ein Gedankenkonstrukt, was ich beim Rasenfunk mal besprochen habe. Weil natürlich ist es dann halt so, dann weißt du, mit was du arbeitest und dann haben die Traditionsvereine halt ihre Traditionsvereinsduelle und in der Reserverunde kannst du ja auch irgendwie geil vermarkten. Du kannst ja trotzdem ein bisschen was mitmachen. Die Leute, die Stadionverbot haben, dürfen da rein. Nein, Spaß. Keine Ahnung. Du kannst ja das irgendwie anders anführen, wie so eine XFL beim Football. Da hast du die NFL und dann hast du die XFL. Die XFL arbeitet dann vielleicht mit anderen Maßnahmen und so hätte das bei der Reserverunde ja auch funktionieren können. Schade, dass es das nicht gibt, weil da wärst du dieser Problematik aus dem Weg gegangen. Aber man muss auch sagen, überleg mal, ein kleiner Verein wie Fürth, soll der dann auch mit der Zweitvertretung bundesweit reisen? Das kostet natürlich auch viel Geld. Das ist halt auch eine finanzielle Frage und da ist es natürlich für uns, oder auch für andere in der fünften Liga, vierten Liga natürlich ein wenig einfacher. Ja. Ja, ich fände, glaube ich, das Konzept dieser Zweitverwertungsliga oder dieser Reservistenliga oder wie immer man sie nennen will, fände ich vielleicht gar nicht so verkehrt. Gefällt mir richtig gut. Wusste ich auch gar nicht, dass wir das mal hatten. Ist halt das Ding, ich will mich auch nicht beschweren. Der andere Punkt ist natürlich, wir beschweren uns ja ständig schon, dass wir in der Bundesliga gegen so ungeliebte Mannschaften wie Hoffenheim, Leipzig, Augsburg, Leverkusen, whatever spielen müssen. Wenn ich mir dann vorstelle, man müsste das in Zukunft nicht nur für die erste Mannschaft gucken, sondern auch noch für die zweite Mannschaft, wenn man es verfolgen will, gucken, wie Eintracht 2 gegen Hoffenheim 2 spielt. Also da rollen sich bei mir halt auch so ein Stück weit die Fußnägel auf. Ja, du hast einen sehr guten Punkt. Das macht natürlich das dann auch nicht attraktiver. Mir ging es halt darum, so die Traditionsvereine dann irgendwie auch so ein bisschen, ich will nicht sagen, in Schutz zu nehmen, aber in Ruhe zu lassen. Aber das ist natürlich trotzdem mein Punkt. Dann haben wir den finanziellen Aspekt und ich will mich auch ehrlich gesagt nicht beschweren, weil ganz ehrlich, dieser Podcast zeichnet sich auch dadurch aus, dass er spätestens seit 2014, als es die zweite Mannschaft nicht mehr gab, erst deutliche Pro und dann Kontra und Pro und Kontra Diskussionen gab, ob das denn jetzt sinnvoll ist, die zweite Mannschaft abgeschafft zu haben. Ja, ist korrekt. Ja. Ja. Also gibt es, glaube ich, unterschiedliche Modelle. Das wäre für mich aber in der Tat zweitrangig. Vordergründig wäre jetzt erstmal zu sehen und da vielleicht auch Informationen zu bekommen, wie die Eintracht sich tatsächlich dieses Konzept dieser zweiten Mannschaft und der Verknüpfung oder des Anschlusses aus der zweiten Mannschaft in die Profimannschaft vorstellt. Die Eintracht scheint da ja zumindest ein gutes Konzept dem hessischen Fußballverband vorgelegt zu haben und ich hoffe, dass man da mit drei Eich jetzt einfach einen guten Kompromiss gemacht hat und da jetzt eine schlüssige Professionalisierung dieses Nachwuchsleistungszentrums dann auch voranzutreiben. Etwas, was man ja beim letzten Mal schon gehofft hat, da hat es ja vorhin dieses Thema Polenz und Co. angesprochen und auch Möller, da hatte man ja schon so leicht die Hoffnung, dass man da jetzt einfach einen Schritt nach vorne geht. Das hat ja nur bedingt funktioniert. Ich hoffe halt einfach, dass es jetzt konsequenterweise gemacht und durchgezogen wird. Das hoffe ich auch. Das heißt, ja Dennis? Eine Frage habe ich noch, weil Marvin, du hast es vorhin schon angesprochen mit der dritten Liga, zweite Mannschaften, Freiburg und Dortmund sind da ja glaube ich drin. Wie ist es denn? Habt ihr das mal? Oder keine Ahnung, inwieweit ihr das verfolgt habt. Wie ist denn die Durchlässigkeit von diesen Mannschaften, die dort spielen und nach oben hin? Ja? Ist das so? Freiburg glaube ich sogar extrem gut. Ja, Freiburg ist richtig gut. Also das muss man wirklich sagen, dass Freiburg natürlich aber auch ein konsequentes Konzept fährt, wo sie viele Leute auch irgendwo herholen oder dementsprechend aufbauen und dann auch in die erste ziehen. Wir haben natürlich mit Streichen extrem guten Trainer hier in der Bundesliga überhaupt, aber gerade auch in der Jugendabteilung, dass er da reinguckt bei Freiburg und schaut, wer ist möglich, wen könnte ich hochziehen, wen baue ich auch perspektivisch auf in der zweiten und ziehe dann die erste, auch wenn die Person vielleicht noch nicht hundertprozentig ready ist. Also das ist ganz klar und selbst bei der zweiten Dortmund, die natürlich, das muss man auch sagen, schon krass, dass die dann halt auch wirklich nicht oben mitmischen, aber schon in der oberen Transferhälfte, sag ich schon, in der oberen Tabellenhälfte. Also auch da hast du durchaus Spieler, die kennst du dann auch mal von der erweiterten Bank der Dortmunder in der Bundesliga. Okay. Weil das ist ja der wichtige Punkt dann, dass du eigentlich schauen musst, dass du ein gutes Konzept hast. Denn nur da oben zu spielen oder nur zu versuchen, ich muss jetzt zwangsläufig die höchste Klasse erreichen mit meiner zweiten Mannschaft, ist ja der falsche Weg. Denn klar kannst du einen Kader vollhauen mit Spielern, die dich aber gar nicht perspektivisch auch in der ersten unterstützen würden. Oder hast ja immer diese Möglichkeiten, alteingesessene, in Anführungszeichen, die eben, die du aber niemals in der Bundesliga-Mannschaft oder A-Mannschaft einsetzen würdest, selbst wenn sie performt haben in der zweiten, weil sie einfach vom Spielertyp, vielleicht auch von der Entwicklungssituation her gar nicht mehr dazu passen. Und das wäre einfach schade, weil es ist zwar immer schön, wenn du eine zweite Mannschaft hast, die gut mitkickt, aber viel wichtiger ist ja, dass wir hier eine Perspektive haben, dass wir Spieler heranführen können, dass wir uns gerade diese Mittel, und Marvin, du hast es gesagt, wir haben hier schon oft geschimpft, oh, die haben die zweite abgeschafft, dann wieder, ah, naja, war eigentlich gar nicht so schlecht, weil es kostet nur Geld. Es gibt ja viele Pro- und Kontra-Argumente. Wenn du ein gutes Konzept hast, glaube ich, kann das wirklich funktionieren. aber da hoffen wir jetzt einfach mal, dass das mit Ox auch gut umgesetzt wird, ja. Ja, also wie gesagt, du siehst bei den Dortmundern beispielsweise Leute wie Moukoko, die noch einmal dort gespielt haben, und Ansgar Knauf, der jetzt ja bei uns ist in Zagadou, das sind alle Spieler, die haben, oder der unbehaute Jugendtorhüter, beziehungsweise ein jüngerer Torhüter, der Dortmunder, die sind eigentlich alle zum Profikader zugehörig, bekommen dort aber dann ihre Einsatzzeit und können sich dann für höhere Aufgaben empfehlen. Und dann natürlich in dieser dritten Klasse, die, und das kann man nicht wegdiskutieren, einfach eine sehr gute Qualität hat, wo du dich auch gegen andere Top-Teams dann messen musst. Das ist natürlich für diese Zweitvertretung ein absoluter Luxus. Frag mal die klassischen Vereine, wie die Kaiserslautern, wie die dazu stehen, weil für die ist das dann immer saure Gurkentag. Da kannst du Pech haben, da kannst du Pech haben, weil die kommen mit einem guten Kader. Stell dir mal vor, die werden vielleicht nicht in der Bundesliga eingesetzt, da weißt du und dann denkst, okay, super, alles klar, jetzt kommt die mit so einem super Kader, jetzt kommt der Tickets, der haut mir erst mal drei Dinger rein, weil für die Drittligas ist das halt ein guter Stimmer. Und nochmal multipliziert ist das bei Freiburg, wo dann selbst mal so Leute wie Kevin Schlotter, Beckmann den einen oder anderen Einsatz hatten, auch gute Torhüter. Also da, selbst Nils Pedersen war mal da, Pedersen war mal da und dann weißt du auch, wenn du dann der Traditionsverein bist und denkst, ja komm, jetzt Freiburg 2 kann man schlagen und dann siehst du plötzlich, nein, Pedersen spielt. Ja, das ist halt dann wieder so dieses Thema Spielpraxis. Die kommen vielleicht aus einer Verletzung zurück, brauchen ein bisschen Spielplatz und dann werden die halt mal Vereinspiel in der dritten Liga eingesetzt. Ja, macht mal halt so. Ja, es ist so. Aber wie du sagst, für die anderen Vereine, die halt einfach da nicht ihre Zweitverwerter-Truppe haben, sondern die halt da wirklich einfach um Butter und Brot spielen, ist das halt dann halt doof, wenn sowas dann passiert. aber gut, Freiburg 2, ich habe gerade gesehen, da spielen auch so wunderbare, großartige Talente wie Johannes Flum nach wie vor. Ja, ist Kapitän sogar dort. Ist Kapitän, ja, ist korrekt. Deswegen, ich glaube, wir werden nie für alle eine einvernehmliche Lösung finden. Ich glaube, für die Eintracht, wenn wir jetzt mal ganz egoistisch sind, das ist auch der Eintracht-Podcast, das ist hier nicht der Drittliga-Podcast, wo wir ja alle Leute irgendwie befrieden müssen. Vielleicht. Das nennt man schon. Wer war ich? Ja, nein, nein, niemals. Wir haben zwar schon aus der zweiten Liga gesendet. Nein, ich meine, wenn wir jetzt nur noch über die zweite Mannschaft vielleicht irgendwann sprechen. Ja, maybe, dann haben wir, naja, mal gucken. Aber ich glaube, als Eintracht-Fans und auch als Leute, die diesem Verein sehr zugetan sind, muss man sagen, ist das jetzt erstmal eine sehr gute Entwicklung und glaube ich, vielleicht sogar das Größte, was ein Krösche bislang in Frankfurt erreicht hat, würde ich behaupten. Ich weiß nicht mehr genau den Zusammenhang, aber so sinngemäß hatte ich auf Twitter irgendwas gelesen, von wegen Bobic hat 24 Monate darüber gesprochen, Krösche hat es in drei Monaten gemacht oder so. Das war so ein Ding, was ich ja gelesen habe. Also ich finde es erstmal einen sehr guten Schritt nach vorne, hatte ich ja schon gesagt und wir hatten euch ja so ein Stück weit nach euren Reaktionen gefragt und da gab es auch durchgehend positives Feedback, dass ihr das, zumindest die, die uns Feedback geschickt haben, das sehr wohlwollend seht, aber auch mit dem Hinweis, den hatte ich ja auch schon angebracht, dass es dann jetzt einfach auch mit einem ordentlichen Konzept und konsequent durchgezogen werden muss und dass es ein paar Jahre dauert, bis da auch die ersten Ergebnisse in Form von Spielern, die man dann vielleicht im erweiterten Kader der ersten Mannschaft sehen wird, dauern könnte oder dauern wird, wenn man es richtig macht. Es ist trotzdem interessant, dass das in Zeiten, wo das Geld so knapp ist, diese Situation, die ja damals so verkündet wurde, wir melden die Mannschaft ab, weil es uns zu teuer ist und während Corona, wo ja wirklich sehr, sehr viel über Finanzen etc. diskutiert und gesprochen wird, dass sie jetzt zu dem Zeitpunkt zurückkommt, ist schon auch eine Überraschung gewesen. Also zumindest für mich. Ja, ich glaube, das ist aber auch so ein Stück weit die Auswirkung der Zeiten vor Corona und die man ja jetzt teilweise auch noch sieht, dass du einfach für Spieler horrende, also nicht Jugendspieler oder Spieler, die du nicht selbst ausbildest, sondern wenn du sagst, du kaufst dir einen fertigen Bundesligaspieler und das klingt immer blöd, wenn man sagt, man kauft einen Spieler, aber ihr wisst, was ich meine, dass du einfach eine gewaltige Explosion in diesen Transfer-Summen gesehen hast, die da irgendwie geschoben werden und du siehst ja auch mit jetzt irgendwie hier Newcastle und was weiß ich noch alles, wo irgendwelche Mäzene und hast du nicht gesehen einsteigen, dass einfach auch immer mehr Geld in diesen Kosmos Fußball reingequetscht wird und du dir dann halt überlegen musst, haben wir als Verein Eintracht Frankfurt eine Möglichkeit, da mitzuspielen oder ist es uns on the long term nicht wesentlich sinnvoller und wirtschaftlicher, einfach jetzt in diesen sauren Apfel zu beißen, diese zweite Mannschaft wieder aufzubauen und eben nicht gezwungen zu sein, für irgendeinen halbgaren Spieler 15 Millionen auf den Tisch legen zu müssen, sondern quasi unseren eigenen Nachwuchs zu fördern. Ja und das ist glaube ich, ist ganz, ganz wichtig. Du hast den Wandel angesprochen und vielleicht ist es so, dass du sagst, okay, ich habe nur ein begrenztes Budget, trotz Corona oder gerade auch wegen Corona und was mache ich lieber mit dem Geld? Will ich das jetzt vielleicht wirklich in diese U23 oder in die Zweitvertretung investieren die nächsten Jahre und dann sagen, dass ich dann aber den einen oder anderen Spiele, den ich jetzt noch für wenig Geld bekommen habe, den ich überzeugt habe, ich habe mir ja schon ein blaues Auge geholt, Blanco hat nicht funktioniert, das wissen wir alle. Errero steht auch irgendwie kurz vorm Abgang, wenn ich das so richtig sehe. Ich habe aber trotzdem noch ein paar Spiele, die Perspektivspiele, die bei mir landen könnten und die ich auch noch holen könnte und da will ich es jetzt besser machen und die hole ich aber jetzt für relativ wenig Geld und kann die dann aber für teuer Geld verkaufen oder kann sie zu Stammspielern machen und dann habe ich halt nicht 15 Millionen, wie du richtig sagst, investiert, sondern ich habe das Geld umgeschichtet, aber mit einem nachhaltigeren Konzept. Und das ist auch ein Wagnis, ist eine Wette in die Zukunft, aber vielleicht eines, was halt breiter streut, denn natürlich denken wir hier immer nur an die Topspieler, aber es ist halt vielleicht auch nicht verkehrt, dass ein Foti, wenn der dann 20 ist, dann hat er, was weiß ich, 20, 30 Spiele in der zweiten Mannschaft gemacht und dann wechselt er vielleicht nicht in die Bundesligaschaft, den Durchbruch nicht bei der Eintracht, aber der wechselt für 500.000 Euro zu Kiel und dann ist es auch schon cool und dann machst du eine Weiterbeteiligung aus und so weiter und so fort. Also du wirst nicht nur die Erstligaspieler haben, aber wenn du es geschafft hast, mehr Leute wieder in die Bundesliga zu bringen, dann ist dir im Endeffekt auch viel gewonnen. Ja, von daher glaube ich schon, dass man da gewisse Gründe sehen kann, warum das jetzt zu dem Zeitpunkt passiert. So ist es. Wir werden das auf jeden Fall mal im Auge behalten und dann auch gucken, was sich da weiter tut und welche Konzepte dort ausgepackt werden. Und wer da vielleicht noch in Zukunft im Trainerteam landet, weil wir müssen ja auch noch das Thema Aktuelles kurz behandeln. Hasebe, der ewig nicht alternde Innenverteidiger, hat nämlich nochmal seinen Vertrag bei der Frankfurter Eintracht verlängert und zwar langfristig bis 2027, wobei das so ein Doppelvertrag ist. Er hängt noch ein weiteres Profijahr dran, also Saison 2022-2023. Mit Hasebe in der Innenverteidigung ist weiterhin gesichert und kriegt danach einen Job oder eine Position im Trainerteam. Das ist jetzt, glaube ich, noch nicht weiter ausgeführt worden, zumindest habe ich dazu nichts gefunden. Könnte natürlich dann auch unter Umständen bedeuten, Trainerteam für eine Nachwuchsmannschaft. Maybe. Ich finde es erstmal eine sehr positive Entwicklung. Zum einen, dass man auch einen so erfahrenen Spieler über die Profikarriere hinaus an die Eintracht bindet, weil er ja schon einfach auch sehr lange dabei war und hier auch sehr viel Eintracht repräsentiert, wie oft wir ihn dann tatsächlich in der Saison 2022-2023 vielleicht auf dem Feld für die Profimannschaft sehen werden. Das wird sich dann noch zeigen, aber ich fand einfach diese Entwicklung und diesen Abschluss, den man da getätet hat, also ich finde es sehr positiv. Ich weiß nicht, was ist so eure Meinung dazu? Gut, auf jeden Fall eine gute Sache und insbesondere, viele sprechen ja immer von den Wachstumsmärkten, die du ja auch erschließen willst, du hast natürlich mit dem asiatischen Markt, mit Hasebe als Repräsentant, der dann auch weiterhin der Eintracht zur Verfügung steht, eine wichtige Position. Er bringt viel Ruhe rein, viel Erfahrung. Also ich glaube, da hast du alles richtig gemacht und man muss auch sagen, wir wollen ja, auch wenn wir hier uns schimpfen und sagen, ah, Hasebe, der kann nicht mehr so wie früher und hat da auch in der Saison jetzt mal öfter mal ein bisschen, ja, ich sage mal, Nerven gezeigt, das ist ja ein falscher Ausdruck, aber einfach nicht so souverän performt, wie wir das einfach in den letzten Saisons gesehen haben. Aber es ist normal, es ist einfach so und er kann uns trotzdem weiterhelfen. Ich bin froh, wenn er wieder fit zur Verfügung steht und hier auch wieder aushelfen kann, denn ich habe zu ihm gesagt, ein deutlich jüngerer Rode schafft es heute auch nicht mehr 90 Minuten auf dem Platz, das zu performen, was er soll. Und dann haben wir eben hier das Tandem und dann haben wir vielleicht mit denen noch ein bisschen Spaß. Und wenn er danach dann noch bei uns bleibt, finde ich eine super Sache, finde ich gut. Potenziell einer der Unsung-Heroes oder wenig gesungenen Heroes. Wenn wir über Stars sprechen, kann man auch immer darüber sprechen, dass es echt ein 38-jähriger Hasebe immer noch bei uns in den Kader schafft. Ob das jetzt über den Kader mehr aussagt als über ihn? Nein, aber mit dieser Art und Weise, auch Profi zu sein, das ist unfassbar. Also ich finde, das ist, glaube ich, ein Idol für jeden Profi in jeglicher Sportart. Also ich freue mich da auch. Ich finde, das ist auch ein Lohn für ihn und insbesondere den Aspekt, den du angesprochen hast, dass er dann ins Trainerteam wechseln wird. Er freut mich besonders. Vielleicht sehen wir es, dass er dann irgendwann vielleicht auch wirklich um 19 Trainer oder um 23 Trainer wird. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Ich bin aber jetzt noch froh, dass einer der ganz wenigen Spieler ist in der Bundesliga, die noch aktiv Fußballspielern älter sind als ich. Also insofern, sehr gut. Ja, das hört ab einem gewissen Punkt leider auf, Marvin. Kannst dich schon mal darauf einstellen. Ja, jetzt ist auch vorbei, weil er ist jetzt 38, so viele ältere Spieler, was wir noch nicht mehr haben. Ja, wahrscheinlich nicht. Ich weiß nicht, spielt Buffon noch Fußball? Mal gucken. Es gibt auch so ein paar, es gibt auch so, aber in der Bundesliga halt. Hast du eine Bundesliga? Ja, es gibt so ein paar in Japan selbst. Also in Japan gibt es einige ältere, die auch 45 sind und noch spielen. Also insofern, mal gucken. Ja. Nun, gut. Buffon spielt noch. Sehr gut. Habe ich gerade gesehen. Das dauert, glaube ich, auch noch einen Moment, bis der aufhört. Gut, dann die Frage an euch. Habt ihr noch Themen, die ihr hier besprechen möchtet? Nein. Nein. Gut. Es war auch eine durchaus lange Sendung. Wir hatten alles. Wir hatten Köln und Frust über nicht erbeutete Punkte. Thesen zu Oliver Klaasner. Einen Ausblick auf die Bayern inklusive einer Aufstellungsvariation. Wir haben über das Nachwuchsleistungszentrum gesprochen und jetzt eben noch über die Galionsfigur Makoto Hasebe. Diese Sendung hatte diese Woche wieder alles, was man sich als Eintracht-Fan so wünschen kann. Wir wünschen euch da draußen jetzt eine wunderschöne Restwoche. Also genießt das sofern möglich. Genießt das Fußballwochenende und das Spiel gegen die Bayern. Und wir werden dann in der nächsten Woche darüber sprechen, mit welcher Aufstellung Oliver Klaasner die Mannschaft ins Rennen geschickt hat. Und ob wir vielleicht Punkte ergattern konnten oder nicht. Bis dahin. Macht's gut. Tschö, tschö. Tschö. Tschö, tschö. Outro Outro